Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom und wir sind hier wieder bei Road2Map. Wir basteln hier wieder fleissig an der Karte rum. Guten Abend Bauer Deta, Hallöchen. Und ich dachte mir mal, wir könnten doch mal das Thema Strassen wieder aufnehmen, weil wir haben eigentlich schon das komplette Netz, aber ich möchte nämlich dieses Gedöns hier unten, wo ist es denn? Ich sehe es gerade nicht. Aber wo haben wir die Strassen? Sind die hier unten? Ach, ja, ich habe es wohl... Was ist das hier gewesen? Das ist Wasser. Ach ja, das ist von der Ring her. Von der Erlengrad. Ähm, 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 ähm. Wo haben wir das Ganze? Und ich glaube, das ist hier unser Tool. Oh, vielen, vielen lieben Dank für die 260 Piddys. Vielen Dank, Deta. Hallo, danke, danke, danke. Bendix, grüße dich aus Sachsen. Grüße zurück aus der Schweiz. So, ähm, nein, es war nicht Field Creation. Wo hatte ich denn das versteckt, dass ich das euch zeigen kann? Genau das hier. Okay. Dieses Gedöns hier, das möchte ich endlich mal loswerden. Das ist ja unter der ganzen Karte verteilt. Das ganze Strassenbauset. Ähm, das frisst natürlich alles, äh, Ressourcen. Und dass ich hier erst endlich mal alles löschen kann, ähm, müssen wir uns dem Thema Strassenbau mal endlich mal angehen und beenden, Fran. Guten Abend, Mario. Salut, hallöchen. Das heisst, ähm, wenn wir mal gucken, wie wir die Strassen hier bauen. Ähm, das heisst, wir haben hier eine Strassen-Einfahrt. Wir haben hier, ähm, wir haben hier, ähm, eine Kreuzung. Ich würde sagen, die machen wir gleich so. Ah, Deta. Okay. Werde ich mir merken. Man will ja den Namen ja richtig ausgesprochen haben, äh, auf jeden Fall. Ähm, und wir müssen hier jede Menge Kreuzungen einbauen. Sprich, hier, äh, hier brauchen wir auch eine Kreuzung. Vielleicht was in der Art. Äh, äh, und ebenfalls hier, äh, direkt, ich würde sagen, ich gucke jetzt mal gleich, wir brauchen vermutlich so eine Kreuzung, eine T-Kreuzung. Ich kopiere das Ganze mal, weil ich möchte schlussendlich eigentlich das ganze Gedöns hier zusammenlegen, komplett. Äh, äh, eventuell werde ich das Ganze auch im Blender noch überarbeiten, für andere Texturen. Grüße dich, Christian. Aber das heisst, für das brauchen wir endlich mal diese Strassen-Einfahrt und das liegt mir jetzt wirklich schon ewig auf, äh, auf der Pelle, sagt man. Ähm, das heisst, wir kopieren das Ding hier mal. Und auch diese Elemente hier haben auch extrem viele Teile mit dabei. Detlef. Ja, äh, Detlef kennen wir doch auch, äh. So, ich würde sagen, das setzen wir mal hier. Weil für die ganzen, uff, das Ding ist gross. Das Ding ist gross. Also, wir könnten, äh, vielleicht irgendwie so hinbiegen, aber das heisst, die Strassen werden da so schräg. Hm, eher schwierig. Ich lösche das jetzt mal noch nicht. Äh, ich werde das Ganze jetzt aber mal, äh, zurücksetzen, dass es wieder gerade wird. Also, hier brauchen wir eine normale Kreuzung. Das heisst, ich bringe das Ding mal hier her. Vielleicht etwas so. Und wir müssen die ganze Geschichte natürlich danach dann auch wieder zusammenfügen. Sprich, diese Strasse hier. Das ist ja aktuell diese. Die habe ich auch schon mal zusammengelegt. Das seht ihr hier. Äh, die kann ich auch halten. Dann ist sie komplett weg. Und dann hätten wir nur noch die Strassen hier. Ähm, müssen wir mal gucken. Das müsste eigentlich auch angezeigt werden, wenn sie unsichtbar ist. Meie ich zumindest. Sonst müssen wir das Ganze einblenden. Das wäre ein bisschen doof. Na, mach hier bitte mal. Ne. Zeigt es uns nicht an. Das ist hier da oben. Also, sind wir ja schon relativ nah. Das ist die da hinten. Das ist die da hinten. Auch da hinten. Äh, ebenfalls. Äh. Als nah wurde fern, ha. Also, das ist mal das eine Stück. Aber ich glaube, das können wir auch so lassen. Das ist okay. Lasse ich jetzt mal einfach mal so angeblendet. Und dieses Stück hier. Das kommt hier von da vorn. Hier durch, ja. Und wir haben jetzt diese Kreuzung hier. Das heisst, ich muss jetzt das hier nochmal kurz ausblenden. Dass ich hier mal die Kreuzung ein bisschen anständiger sehe. So. Und ich etwas so. Will ich sagen. Also, das hier wird alles noch überarbeitet. Das steht natürlich noch nicht fest. Aber dann könnte man hier so eine Kurve reinbekommen. Dann wird sie auch gehabt, ja. So, na, hier. Das wird auch spannend. Da werden wir heute mal was testen. Weil so eine Kreuzung gibt es nicht. Also, weil das Ding ist ja schräg. Schräg und die so gerade. Wo waren die Strassen? Das müsste die gewesen sein. Jawohl. Da bin ich mal gespannt. Heute machen wir Probetag. Und ich habe am Schluss vielleicht noch was vor mit euch. Bleibt einfach dabei. So. Also, das heisst, ich hole mir jetzt mal so eine X-Kreuzung müsste das sein. So was da drüben. Publizieren wir auch. So, und hier beim Mappen haben wir ein bisschen mehr Zeit. Da können wir auch mal ein Käffchen trinken. Schön gemütlich. So, und das kommt jetzt hierher. Und ich glaube, das machen wir tatsächlich so. Die Frage ist, ob wir so eine Kreuzung haben möchten. Oder, wie gesagt, wir haben ja hier unser Baukonstrukt. Ich gucke jetzt mal an. Ich hätte fast lieber sowas in der Art hier. Also, sprich, kleinere Einfahrten. Was haben wir denn sonst noch? Sind eigentlich alle zu gross da. Sogar doppelspurig. Ups. Was ist das hier? Das scheint ein bisschen enger gehalten, wie es ausschaut. Ich mache hier mal die kompletten Splines weg. Zack. Naja, aber das passt eigentlich nicht. Das müsste eine Hauptstrasse sein. Also, dann machen wir das Ganze wieder an hier. So. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, das Ding hier. Dieses Element. Das war das hier oben. Weil das ist zu gross. Und das auch, wie gesagt, ohne Hauptstrasse. Das geht eigentlich nicht. Das löschen wir jetzt nochmal. Jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig wieder erwische. Vielleicht das war es vermutlich. Genau. Dann kriegen wir das mal so hin. Das richten wir grob aus, dass wir hier etwa die Spur halten können. Und da gehen wir mal. Leicht schräg vielleicht. Aber das wird auch wieder extrem witzig, bis wir das hinbekommen. Befürchte ich. Ja, also das müssen wir dann auch extrem anpassen. Aber das wäre zumindest schon mal eine Vorlage, die wir hier nutzen können. Wie schräg ist das Ding jetzt? So ein bisschen. Aber ist okay. So ein bisschen ist okay. Die Frage ist dann halt nur, ob wir da vorne in der kurzen Strecke das vernünftig hinbekommen, dass das dann gerade wirkt. Dann haben wir als nächstes dieses Element hier. Das könnte vielleicht sowas in der Art sein. Oder, oder, ähm, lass mich kurz gucken. So, was in der Art. Oder, haben wir noch was anderes? Das war immer Einbahnstrasse, ha? Frage ist, wollen wir hier oben eine Einbahnstrasse? Was ist denn das hier? Das ist auch eine Einbahnstrasse? Das heisst, dann machen wir hier eine Einbahnstrasse hier rein. Unten da rum, ha? Warum denn nicht? Quartier. Aber das hier müsste dann grösster sein wie da. Mal irgendwo muss man ja raus und rein. Hier direkt zum, ähm, Restaurant, Café. Hier könnte man dann vielleicht auch einen Parkplatz bauen. Und dann hier draussen das ganze, ähm, ja, wie soll man es sagen? Schiffswerft, würde ich jetzt gut nicht sagen. Kleiner Hafen oder sowas. Ja, ähm, ich bin gespannt. Hier hoffentlich auch. Dann würde ich mal sagen, wir legen mal los. Ähm, das lassen wir. Und das hier könnte man, wo ist es? Äh, ich habe das vorgesehen. Das hier. Da müssen wir auch wieder die Untergruppe mit hochholen. So. Control D. Zack. Ich erwische es nicht. So. Das könnte vielleicht tatsächlich gehen, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze hier etwa so hinbekommen. Mit der Drehung nach unten. Das wird definitiv spannend. Etwas so. Und hier gibt es einen kleinen Bogen. Aber ich glaube, das müsste mich schon fast... Also so schnell hinbekommen, kriegen wir es nicht. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich denke, hier müssen wir tatsächlich... Ja, ich denke eben, dass wir hier das Ganze komplett anders machen. Mal alles wieder zurück zu Start. Weg. So. Ähm. Und die machen die Strasse hier einfach selbst. Und klatschen die dann einfach an die andere Strasse ran. Das heisst, nun müssten wir gucken. Wir haben die Strasse hier. Das ist diese. Die werden wir jetzt versuchen, mit der hier zu verbinden. So. Jetzt müssen wir aber auch gucken. Weil das habe ich ja hier auch alles komplett ausgeblendet. Müssen wir jetzt halt alles suchen, bis wir das gefunden haben. Das sind natürlich alles Teile, die hier so ein bisschen auf die Performance der Karte schlagen. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Genau, das ist es auch. Und dann haben wir hier den da vorn. Den löschen wir. Den löschen wir auch. Und das wäre dieser hier. Und jetzt werde ich mal die Strasse hier ausblenden. Denn ich möchte ja eigentlich dieses Element hier haben. Das wäre das. Das andere. Ja. Das wäre das. Genau. So. Das heisst, ich kopiere mir das einfach jetzt hier mal. Ah, stopp, 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 stopp. Copy. Und paste. Und paste. Äh, ja. Warum auch immer jetzt das hier kommt, finde ich irgendwie auch sehr spannend. Bitte einmal das hier kopieren. Und da rein. So. Ist die Frage, wo ist das Ding gelandet? Auch spannend. Äh, dann platzieren wir das Ganze jetzt einfach mal da. Und ihr wisst ja, das Ganze müssen wir gucken, dass wir hier die Werte hier nicht über 80 oder im Minusbereich haben. Also sprich, so wie das zum Beispiel. Das wäre natürlich perfekt. Und das Ding ist natürlich ein bisschen schräg. Ich würde tatsächlich sogar sagen, wir nehmen mal ganz kurz hier das Terrain ein bisschen weg. So. Jetzt sehen wir, nehme ich auch ein bisschen mehr hier. Das darf ein bisschen kleiner sein. So, das heisst hier ein bisschen runter, da ein bisschen runter. Wie gesagt, das Ganze übernehme ich dann im Blender später. Da kann ich dann auch gerne noch ein Tutorial machen dazu. So. Also. Ähm. Ich glaube, die Werte, die sind okay. Müsste eigentlich soweit passen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich das Tool noch so sofort rein bekomme. Ähm. Ähm. Das hier brauchen wir nicht mehr. Stecken wir. Stecken wir. Das hier brauchen wir auch nicht. Jetzt ist die Frage, was haben wir da sonst noch für Dinge. Das hier, das brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt hätten wir noch das Element. Äh. Spline 6. Und wo kommt das bitte? Das kommt auch von der Kreuzung. Okay. Dann auch das und das. Wir lehnen jetzt mal einfach komplett alles aus. So. Jetzt müsste alles ausgeblendet sein. Das könnten wir theoretisch auch noch ausblenden. Die Anschlüsse, also das Mittelding hier. Äh. Und dann haben wir, was haben wir noch? Da ist die Mittelpunkt da drüben. Auch spannend. Moment. Moment. Ah. Das haben wir hier unten. Das heisst natürlich, wir müssten. Oh nein. Ah ne böses. Ich kopiere das ganze jetzt einfach mal. Und schmeisse es hier rein. Okay. Passt. Ist also auch da. Gut. Dann würde ich sagen, wir produzieren mal diese Strasse hier. Also alles ist eigentlich mehr und mehr gleich geblieben. Von da bis hier. Und der ist jetzt neu. So. Export Selection. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir das ganze exportieren. können. Ich glaube das hatte ich hier. Map. Temp. Äh. Das hatten wir hier. Und Tools. Und dann. Spline Street Constructor. Habe ich es hier reingekopiert oder wie. Ne. Hier drin ist es auch nicht. Export Streets. Waren das? Das habe ich. Ah da. Okay. Alles klar. Das war in dem Fall hier. Dann exportieren wir das hier unter Export. Speichern. Yes. Und dann wird das hier geöffnet. Hier Export. Dann haben wir das hier. Hier die Breite war. 8,64. Wir können auch gleich mal kurz gucken. Ähm. Das war. Ja. Das hier. Die Breite. Das stimmt in dem Fall. Wir brauchen hier nochmals die i3d Export. Dann setze ich die Parameter. Nein. Die Einstellungen. Setze ich da mal auf 0,5. Ich habe die andere mal ein bisschen runter hier. 0,5. Ah komm. 0,5 passt. Und dann. Go. Dann importieren wir die Geschichte wieder. Export. Und dann stößt die Karte ab. Oh. Nein. Sie stößt nicht ab. Sehr schön. Ähm. Ja. Okay. Wir waren ein bisschen zu weit von. Vorn. Ich würde tatsächlich sagen, wir setzen das ganze Ding noch ein Stückchen runter. gedreht. Äh. Noch ein bisschen nach da vorn. Strasse. Delete. Und. Wir haben hier natürlich extrem viel Zeugs offen hier. Ich mache das alles mal zu. Also. Export. Erneut. Dann hier wieder Import. Das mache ich auch. Müsste man vermutlich nicht. Ich mache es trotzdem. So. Wir haben ein paar Triangels weniger. Dann importieren wir die ganze Geschichte wieder. Ähm. Wie meinst du die Bereitung fix drin? Die Bereitung muss man immer einstellen. Dann. Die ist nie fix drin. Die ist immer wieder auf einem Standardwert. So. Ich nehme das mal kurz weg. So. Ah. No. 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 Seht ihr es auch? Schwierig. Das sind eben diese komischen Werte, die wir hier haben. Ich mache jetzt hier einfach mal Null und Null. Wird dabei leider nicht passen. Das ist eben die Fummelarbeit hier. Ähm. 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 Minus fünf. Nein. Minus fünf sagt ich. Ne. Ja. Definitiv Achterbahn. Definitiv. Ähm. also wir machen jetzt hier einfach mal kurz 0 0 exportieren das ganze wir können auch der geschichte hier sagen du bist wo ist es da unten strasse auf strasse krebs copy material haben wir hier auch den gleichen look und sehen wir die straße nämlich auch schon ein bisschen aber eben wenn man so schräglagen drin hat dann wird es einfach schwierig ich mache das ganze jetzt noch einmal mit dem sieht jetzt hier wir haben die schräglage spricht das ist schräg das ist jetzt gerade wenn ich das ganze jetzt exportiere export und da habe ich gesagt eigentlich müsste es eigentlich alles passen aber so ist man wirklich sicher dass es auch da ist wir haben jetzt schon wieder wenige tränke ist klar weil die drehung ist der zweck importiert noch mal so und die wird jetzt vermutlich nicht wirklich passen hier weil die kommt natürlich hier schön mittig rein da drüben nicht also sprich hier das ganze man sehen sehen wir es auch auch hier können wir das ganze anwenden und dann ob es ein bisschen zu heftig also wie gesagt das ding hier oben löschen wir das sehen wir ein start diese kannte ich behaupte jetzt einfach mal ich mache das direkt im blender ich frage mich aber gerade warum zeigt diese hart nach unten vermutlich haben hier ein bisschen zu fest gedreht ja ein bisschen fleisch da so dann exportieren wir die geschichte noch einmal so dann hier rein das hier ebenfalls und go bleibt bei 129 nach weg import und also hier ist es ein stückchen weiter und das will mir eigentlich noch zusagen die musik eigentlich ok oder ist die zu laut ich habe da mal gehört ich habe dachte sie wäre ein bisschen zu laut das heißt das machen wir mal kurz weg hier passt fast noch ein bisschen zu laut in dem fall fast ist ein bisschen weniger jetzt so frage ist wollen wir hier wirklich so ein gehweg haben schön wäre es halt das würde aber heißen müssten theoretisch gesehen und hier vorne auch ein haben bis sie her vielleicht haben also ich würde mal sagen wir passen jetzt hier mal die höhe an dann würde es etwas so ausschauen der rischee der rischee der rischee was ja gut frage ist was wir was du hören möchtest sand oder meine bezaubernde stimme ja gut du hast es in der hand du hast es in der hand ich kann schon hochdrehen aber weiss nicht so also ich würde sagen passt so weit das heißt wir gehen hier mal kurz das äh material an grass dirt so und außen lang gehen wir auf gras habe ich jetzt tatsächlich noch gar kein grass gezeichnet und da nehmen wir einfach mal hier diese färbung kontroller so und vielleicht so passt aber sehr schön ich würde sagen wir mal ziehen hier vielleicht so einen kleinen weg lang nein vielleicht etwas so das war der letzte pixel hätte jetzt nicht sein müssten so und hier basteln wir jetzt uns mal eine strasse Frage ist halt wirklich ähm 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 ich müsste es fast mit dem machen also drin haben wir die geschichte noch bei mir funktioniert das einfach irgendwie nicht wirklich ähhh richter rand ich lasse es jetzt einfach mal kurz so und produziert das ganze einfach mal okay hat noch toll funktioniert ungültige gleitkoma operation was ist eine gleitkoma operation load parameter für rechts scheint nicht das gewesen zu sein da müssen natürlich zurück in mein chaos komme ich da irgendwie schnell hin das müsste dann hier unter tools sein geladen das jetzt einfach mal ok irgendwas hatte gemacht guten abend rony 780 triangles ich bin ja gespannt was der jetzt gebastelt hat wir importieren einfach mal gucken was da geschehen ist loading aha das wäre in dem sind dieses stück hier aber das passt ja wieder hier nicht da denn wir müssten dem objekt hier die gleiche breite geben klar hier kann ich sie auch abtrennen würde dann gehen weil texturieren können wir das ganze auch im blender also ich lösche das ganze noch mal und dann haben wir breite fünf meter restaurant jetzt kann ja nicht sein dass das fünf meters waren ich mache es trotzdem mal 10 ich bin gespannt was er macht und importieren export ok das hat schon mal nicht funktioniert ich bin mir halt gerade nicht ganz sicher breite wenn es ist eine breite randsegment rechts breite 0,2 meter das kann ja auch keine 0,2 meter sein ich mache es hier einfach mal testweise 2 go import ok also das scheint es nicht zu sein hier haben wir einen rand und das ding fängt erst da hinten an ok das heißt das löschen wir wieder also vorher waren wir näher dran 0,2 20 meter länge 0,2 länge 1,5 das ist halt wirklich eine gute frage die andere version wäre man macht das ganze wirklich direkt im blender selbst also sprich man zieht sich das ganze rein ich mache jetzt hier mal noch hier länge aber ich glaube das nützt vermutlich auch nichts loading ne das hat nichts gebracht aber außen stimmt es innen stimmt es also wie machen wir das im blender kann ich euch natürlich auch zeigen ähm wir haben das element hier und das element da ich kann auch zeigen was jetzt passiert wenn ich die ganzen texturen von der strasse die wir bereits haben auf die strasse hier kopieren das sieht nämlich absolut wirr aus äh copy material also hier haben wir keine textur das hat wenigstens übernommen aber hier nicht das element drüben und darum könnte man jetzt einfach sagen wir nehmen diese beiden elemente ich ziehe die strassen mal nach hier oben äh mal gucken wo es jetzt war strasse und das hier die beiden dinge wollen wir ne es gehört zusammen ah moment mal kurz moment mal kurz wir haben ja äh g steigt dds es wäre eine eigene textur äh kreuzung 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 wir haben hier nichts geh weg bettungsstreifen road ich glaube nicht dass das das ist weil wenn ich jetzt hier rausgehe geh weg habe ich hier nicht drin das andere was sein könnte ich weiss aber nicht ob das überhaupt passt ähm wir gucken gleich mal kurz hier drin na wir haben das ganze ja hier bei uns unter streets hier drin ähm fahrbahn textures nein wo haben wir denn die streets street pack irgendwie haben wir doch das auch da habe ich das auch irgendwo da drüben gelassen das könnte halt auch sein ähm mh 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 das ist eine gute frage wo ich das ganze ding gespeichert habe da anscheinend schon mal nicht interessant weil ich muss mal kurz gucken das müssten wir eigentlich ja hier sehen ja das ist aber nur bei dem element hier wo man den gehweg weglöschen kann das spricht bei diesen vorgefertigten kreuzungen bei dem hier geht das nicht so also wir gucken mal kurz hier material editing ich habe das hier unter tools prefab 22 dann gehen wir kurz da rein direkt vor der nase und wo ist es dann text str gehweg str hier und dann auf g für gehweg das hier hat er das jetzt übernommen ich lösche das noch mal so gehweg nimmt nur gehweg go import again ist auch wieder weiss also sprich kein keine textur mit dabei so ich muss mal gucken spinnt der bot wieder oder heute nicht doch er spinnt wieder was mit meinem bot los meissen auch gleich wieder weg na so wir testen das noch mal nö der bot mag nicht warum auch immer man weiss es nicht ah ja ich dachte der bot wäre besser war wohl nix dann fliegt er auch wieder raus so also wie gesagt wir wollen das ganze mal ganz kurz im blender angucken die kreuzung hier plus diese strasse hier unten das ist diese haben zu viel mist offen definitiv wo war die strasse da die beiden dinge hier diese exportiere ich jetzt einfach mal also wir merken uns mal diese kannte hier also dieses zick zack und export in obj so yes und dann haben wir hier den blender da brauchen wir nix also import export import obj dann gehen wir auf unsere strasse habe dann habe ich das hier drin scheint nicht so mal doch da undkippen wo habe ich denn das wieder hin geknallt exportrai CD92 Streets, also Streets und OBJ Ach Mensch Immer wieder mal was Neues oder immer dasselbe, man weiss es nicht So, wie machen wir das lustigerweise Ich schneide das jetzt einfach mal aus Und kopiere das jetzt hier rein Die Spline-Punkte hier, die brauchen wir eigentlich nicht Hallo, die Spline-Punkte hier brauchen wir eigentlich nicht, wollte ich sagen So, und die Kreuzung ist jetzt mit dabei Was habe ich jetzt schon wieder kopiert Ach, Menno Das war die falsche Kreuzung Das war die falsche Kreuzung Und diese Strasse So, ich kopiere Und füge hier ein Ja, Chaos wieder am Start Chaos wieder am Start Ach, er hat es mir einfach hier unten kopiert Ja, läuft Äh, wie schaut es denn hier aus? Was ist denn mit der Strasse hier Die ist genullt Wenn ich die Strasse hier Okay, die ist genullt Warum auch immer Ich versuche jetzt mal was Die ist null Und die ist Ich glaube eben, das hier ist eben das Problem, das wir hier haben Ähm Ctrl-Shift-C Mal gucken, ob das dann wenigstens passt Ctrl-V Yes Dann haben wir Hier bei der Untergruppe Diese Rotation mit dabei Ctrl-Shift-C Und hier ebenfalls Ctrl-V So, dann müsste das jetzt nun passen Die liegt jetzt eigentlich genau gleich da Wie diese Kreuzung Hier unten Diese Spline-Punkte, wie gesagt Die lösche ich jetzt mal Und Wir versuchen das Ganze jetzt so zu exportieren Yes Das Ganze holen wir jetzt hier mal in Blender rein Okay, das schaut schon ein bisschen besser aus Da oben ist sie Äh Sieht irgendwie spannend aus Frage ist Bei dem Objekt Set to origin Das Problem ist, der Point ist dort drüben Ich mache jetzt hier mal den Nullpunkt da Rotation Z Nein Set to origin to 3D Also sprich den Cursor hier Rotation Z Rotation Z Machen wir so Ich glaube das passt da Plus minus gerade So Das heisst Wir holen mal kurz Bis dann Deter Tschüss Und wir holen uns hier mal ganz kurz Die Textur rein Image Textures Das heisst wir müssen sie jetzt natürlich wiederfinden Und das war ja irgendwo Vermutlich hier in unserer Karte mit dabei Map Textures Streets Ähm Ich meine es war Diese War das diese? Ich glaube tatsächlich nicht Nein Stopp, 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 stopp Ne Würde ein bisschen komisch ausschauen Hör Ähm 7 von oben So Ich würde sagen das holen wir jetzt mal runter hier Auf den Nullpunkt Mehr oder weniger zumindest So Also das heisst wir müssen hier die andere Textur laden Äh Und das wäre dann wohl gewesen Hier Dass wir hier Das drin Mal äh Neu Text Also Original texturieren können Das wäre dann hier Und Na Wo haben wir jetzt hier Textur Gucken gleich Wie das Ganze geheissen hatte Fahrbahn 25 4 Ha Oh mein Bleibt mal da Doch das müsste eigentlich passen Tatsächlich 25 4 Fragen über Fragen Fragen über Fragen Ne Das kommt doch nicht von da Das kann doch nicht sein Fahrbahn 25 4 Was wäre das hier Aber das stimmt ja dann definitiv auch nicht Würde ich jetzt mal so kurz und knapp behaupten Hm Das hier vorne wäre eigentlich die richtige Textur gewesen Also sprich Diese hier Das würde ich eigentlich anpassen Nur Das hier oben nicht Na komm Oder wir müssen das Ganze halt einfach nochmal Ich mache das nochmal rückgängig Äh Ich lösche mal alles Import OBJ Das hier Geometry Split by Group Dann habe ich hier alle Einzelne Objekte Das hier Müsste dann Ähm Ich mache das einfach mal hier ran Base Color Image Und Maps Textur Streets Diese Und dann haben wir ja Das Feld hier Unten Also das passt Nein das passt doch nicht Passt das hier Ich würde jetzt mal sagen Nein Schaut denn das da aus Stimmt Der war ja nicht das Element Sondern Ähm Image Open Das haben wir auch hier mit dabei Textur Street Die 25 4 Bin ich aber Richtig spannend Dass das so Angezeigt wird Wir haben hier Ein Gehweg Der Gehweg Dem schenken wir Jetzt eine Weitere Materialart Dann stimmt Das nämlich Und der Gehweg Kommt Ähm Woher kommt Der Der kommt aus dem Prefabs Ordner Wir müssen das Ganze Irgendwann mal Zusammenstellen Wie gesagt Darum Ähm Das Ganze hier Mit diesen Strassen Das ist Minimal Nervig Ähm Ham 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 Ebenfalls Image Open Dann hier Haben wir das Unter Tools Prefab Textur Dann war es ja hier Gehweg Ist das hier Unter Gehweg Das haben wir Tatsächlich Auch Eigentlich Unsere Karte Mit dabei Ähm Müsste nämlich Auch Da Sein Sprich Das hier Würde sagen Das passt So weiter Also Striche Haben wir hier Natürlich nicht Da Diese Elemente Weil das sind Die einzelnen Elemente Hier oben drauf Und die kommen Woher kommen die Ähm Kriege ich das Einzelfleisch Genau das hier Bodenmarkierung VKZ Leitlinien Also dann haben wir hier Ähm Ich mach das mal zum Material Und sage hier Warum haben wir hier noch Gehweg drin Öffnen Und Das haben wir tatsächlich Nicht mehr hier mit dabei VKZ Leitlinien Ah was war das Eins oder zwei Zwei glaube ich Nein Sperrlinie Leitlinie Juhu Wir haben Zebra Leitlinie Eins Also doch Und das hier Ist nicht das Sondern Ähm Na wo ist es denn Wir haben doch Das vorher Hat es mir das Jetzt wieder Verstellt So jetzt Müssen wir das Ganze mal kurz Benennen Street Mud So Dann haben wir das Hier Ähm Cross Mud Dann haben wir das Hier oben Das switchen wir jetzt Auf Gehweg Gehweg Englisch Pathway Nee Ich mach mal Pathway Egal Äh Und dann haben wir hier Die Linien Und ja Die schauen irgendwie Spannend aus Haben wir denn hier Noch eine andere Textur Das schaut mir dann doch eher Richtiger aus Gehz 0,0 1 2 1 5 1 3 1 2 1 3 So Haben wir auch das Flacken weg Nur ich glaub das Schaut ein bisschen Doof aus Also Jetzt haben wir hier Die eigentlich Untere Strasse Ich glaub diese Mittelspur Müsste man Sidewalk Ey Janis Servus Sidewalk Dann machen wir hier Mal Sidewalk Okay So Also Wir hatten ja hier Ähm Dieses Element Und wir wollten ja Die Geschichte Etwa bis hierher haben Sprich Das trennen wir ab Delete Vertices So Ähm Ich glaub das können wir Ebenfalls löschen Okay das stimmt Definitiv auch nicht Hier Würde ich jetzt mal behaupten Weil das müsste dann Das hier hinten Sein Gut Also Das heisst Wir markieren hier mal Dieses Gedöns Ich gehe jetzt auf Flächenwahl 3 Und dann malen wir das so mal an Da vorne fällt noch was Da haben wir was zu viel Das hier und das hier Und das hier So Also das mache ich mal mit P Wird das jetzt vereinzelt Sprich das ist jetzt ein eigenes Objekt Gleich wieder drüben Und jetzt möchte ich eigentlich nur die Seite haben Einfach hier unten lang So Und go Also G Schieben wir jetzt die ganze Geschichte nach außen Ist natürlich ein bisschen höher Man sieht es da G Z Auch den Punkt müsste man dann runter setzen Das werden wir jetzt mal später tun Denn Oh ne Der ist doch schräg Das ist doch doof Hat jetzt der so einen komischen Absatz hier Also wir haben nur den ausgewählt Ich gehe jetzt hier auf Sidewalk Shading Oder Editing Das ist unser Element Und dann machen wir Scale Das heißt Mal kurz gucken Was haben wir hier Das ist oben Das ist unten Frage ist jetzt nur Welche Seite ist welche Passt eigentlich Und dann wollen wir das Ganze skalieren auf der Achse So Und wie klein ist das Ganze hier drüben Hat den Abstand Skalieren Gucken wir dass wir das Ganze Etwa Ähnlich Hinbekommen Also allzu weit können wir das Ganze halt auch nicht ziehen Aber jetzt hätten wir das Ganze eigentlich so importiert Sprich wir haben das Ganze Und wir könnten das Ganze nun jetzt wieder zurück in den GE laden Hier hinten haben wir natürlich das Problem Ich würde fast sagen Wir machen das so Ähm Ähm Zwei GZ Ah ne Bitte alles hier mitnehmen GZ Dann läuft das so aus Und kann dann im Boden verschwinden Das heißt jetzt nun Ähm Das Element hier Export Können wir das FBX oder das i3d Raus Oder rüberschicken Ich versuch's jetzt mal als i3d Hier Und Streets Und Export Hier drüben Import Äh Nein Import Ah Dietwoke Ja ist auch okay Dann sollte das eigentlich schon gleich hier auftauchen Und Ich hole die Strasse selbst auch noch mit dazu Wir können natürlich auch gucken Wir können auch gleich gucken Dass wir das Ganze da vorne angepasst bekommen Jetzt seht ihr auch gleich wie man das so macht Wichtig ist da einfach zu gucken Ähm Nein Nein das und das brauchen wir Ich nehme hier Das Magnet Wo ist es da oben Nein Das hier Vertexes Wird hier verbunden Wir müssen halt auch wirklich auch aufpassen Dass das Ebenfalls ein bisschen nach oben gehoben wird Sonst haben wir eine Böse Kante drin So Und da hier drüben Das Ganze schieben jetzt runter GZ Ähm Moment Jetzt haben wir hier das Magnet nicht aktiviert Und dann nehmen wir gleich beide Ähm Nein Das hier Und Das hier Und da seht ihr Da haben wir diverse Teile hier Wir müssen hier mal ein bisschen was ausblenden Das Rinne brauchen wir nicht Ja Dann haben wir Das ist Das Der Gehweg Ja Dann können wir dann Genau gleich noch Anpassen Das Ding Ups Äh Ohne Magnet Ich mach's mal kurz von oben Dann verschieben wir ihn auf einer Eine Höhe So Und dann Was haben wir hier alles Was ist das hier Das ist die Kreuzung Die wir brauchen Was ist das hier Das ist Erde Das brauchen wir nicht Und das ist der Gehweg Also diese Kante nervt mich gerade ein bisschen Dass die da ist Wäre eigentlich nicht nötig Wäre eigentlich nicht nötig Wäre eigentlich nicht nötig Das und das Tabulator So hab ich beide markiert Ähm Das Magnet Schalte ich jetzt mal kurz An hier So Ziehen wir jetzt halt ein bisschen zusammen Oder Ähm Nein Zurück Dass er unbedingt mit dem Oberen Punkt Darauf möchte Nein Ich misch mit dem Anderen Punkt Dann machen wir's halt so Und das Ganze hier drüben Seht ihr jetzt natürlich Haben wir eine riesen Ecke dringend Na was ist jetzt Äh Also wir nehmen jetzt das hier GZ Passt das jetzt hier ein bisschen an Äh Die Strasse hätten wir gleich auch mitnehmen können Der Punkt hier Und Auch den Haben wir hier wieder verschiedene Punkte Das hat dann Wenn das Ganze nicht sauber aufgebaut worden ist Ja das sind wieder mehrere Punkte hier Kann ich euch gleich einen kleinen Trick zeigen Wir haben hier wie gesagt Ein Punkt Ähm Ich markiere jetzt nochmal kurz alles Mit dem Wireframe Modus Drücke hier F3 Merge By Distance Und Und jetzt haben wir hier Wenn ich jetzt hier drauf klicke Einen einzigen Punkt So könnt ihr auch die Punkte reduzieren Ja wir könnten es tatsächlich auch so machen Dann kriegen wir dieses Dieses Ding hier mit dazu Das ist die Frage Ich glaube das ist der einzige Punkt GZ Können wir das Ganze ein bisschen Scheiss ne Also das hier Äh Jetzt müssen wir gucken Wo wir da hingehen GZ Ich befürchte das sieht man aber Vermutlich später So ich versenke das Ganze Na Jetzt gucken wir mal das Ganze mal an Dass sie irgendwie einigermassen vernünftig ausschaut Ich glaube den Punkt nehmen wir noch ein bisschen nach oben Den auch ein Stückchen noch So Das heisst wir können jetzt die beiden Elemente hier Äh exportieren Als i Nein Als i3d Ja das Berichtigen wir jetzt mal So Export Wurde exportiert Und Dann Haben wir hier Import Jetzt sollten euch beide Strassen hier wieder kommen Sprich Das wird mal gelöscht Äh Was haben wir noch hier Ich glaube Das brauchen wir auch nicht Vielleicht habe ich jetzt auch das falsche gelöscht Das könnte natürlich sein Ne Das passt Ich glaube Wo haben wir Die Strassen haben wir doch hier oben Ähm Das heisst die Kreuzung nehme ich jetzt hier wieder raus So Die Strassen hier Wird versteckt Und jetzt haben wir hier Eigentlich so Der Rand hier Der Eher schwierig Ich glaube Die Rinde Pfuscht noch mit rein So Was haben wir sonst noch Sonst nichts mehr Aber ich glaube So könnte man das Theoretisch gesehen Lassen Okay Ausser den Part Hier Ah Das ist genau das Problem Weil jetzt ist das Vermutlich Zu lang geworden Zu lang im Sinn Warum zum Geier Kann ich das Ganze Jetzt hier Nicht mehr Markieren Ah Dieses Problem Hatte ich schon mal Habe ich irgendwie Nicht rausbekommen Was das Problem War Ah 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 Das war es Das war es Also Wo waren wir Wo war die Textur So miserable Okay Da sieht man es Nicht Aber das seht Jetzt hier Das darf Eigentlich so Darf es nicht sein Das ist Viel zu weit weg Das heisst Das Muss mal gucken Ah 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 Also Ihr dürft nur Über eine gewisse Weite Ausserhalb der Textur Gehen Das heisst Ich markiere Jetzt das Hier Ich glaube Das geht nicht Nein Und wir können es mal testen Wir können es mal testen Mal gucken Was passiert Ich mache hier den Sync Modus aus So Ne Kriege ich das hier Ne Ah Moment 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 So Dann kann ich das hier Mal Schieb es einfach auf Y Nach oben Markiere wieder alles Y Schieb es nach oben Etwa mittig Das ganze hier auch Wieder mit Y Nach unten So Jetzt müsste eigentlich die Distanz Von hier außen bis Mitte Eigentlich passen Ja ich weiss Die Katze Die wird mal hören Die hört man ja Dachte schon Wir müssen mal zusammen Kurz auf dem Balkon Zusammen So Also Wir importieren Exportieren die Geschichte Noch einmal zusammen So Dann hier Unten Das hier Weggelöscht Import Sidewalk Strasse und Sidewalk Müsste es sein Und ihr seht Jetzt eigentlich Stimmt eigentlich schon fast Hier Dass wir hier Jetzt nun Einen sauberen Übergang haben Also sprich Hier fällt man nicht mehr durch Klar Wie gesagt Textur Immer noch schlecht Und hier die Rinnen Die ganzen Rinnen Hier Gehen alle mal weg So Und so hätten wir Nun Ja Man sieht es hier Hinten Passt Upsala Passt noch nicht ganz Müssen wir noch ein bisschen Weiter rüberziehen Und hier vorne Hätten wir den Absatz Was ist das hier unten Ach die Strasse So Bisschen nach oben Nur ein bisschen Nur ein Einfach nur ein Stück Nicht einfach das ganze Komplette Feld Hier Ja genau Was man natürlich auch machen kann Man nimmt hier einfach Farbe Ähm Drü 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 Sagt hier Asphalt Was haben wir jetzt Asphalt So Zum Beispiel Oder Was haben wir hier eigentlich genommen Ich glaube Asphalt DLC Also sprich Könnte man auch machen Zum Beispiel Aber ja Da sieht es einfach irgendwie nicht so Schön aus Sonst müssen wir die Kante hier noch ein bisschen weit nach unten ziehen Dass wir diese Kante hier unten nicht mehr sehen Aber einfach so weit nach oben Und von oben behalten Dass das Weiß dann nicht durchdrückt Ja da fängt es nämlich schon an So Geht Ich würde sagen Soweit passt das Wir könnten natürlich Das würde natürlich auch helfen Ähm Ich markiere jetzt mal den Punkt hier Dann switchen wir nicht immer Rum Ähm Dass wir hier einfach die beiden Punkte hier Nein Das geht nicht Ich wollte das eigentlich löschen hier Aber Dann haben wir die Fahrbahn auch weg Geht also nicht Und wir haben auch keinen Zwischenpunkt Also dass wir das Ganze hier zum Beispiel nach unten nehmen Jetzt seht ihr weg Oder Nach unten Dann Überarbeiten wir die Stars Das heisst Wir ziehen das Ganze einfach so weit runter Dass wir das von oben nicht mehr sehen So Dass wir den Hinteren Punkt Nicht Sehen Den vorderen Punkt aber schon So Würde jetzt mal sagen Das passt Vielleicht haben wir das Ganze auch zu knapp abgeschnitten Kann auch sein Und jetzt gucken wir mal ganz kurz das da vorne an Ähm Drei So Wir machen das mal ganz kurz grob hier So Mittler Maus Rad Oder Maustaste Einfach hier C Und weg damit So Jetzt bin ich gespannt Punkt Magnet So Man sieht es ein bisschen Ähm Ich glaube das war nur Ist nur eine Fläche Ja man sieht es ein wenig Ein wenig Aber ich glaube Wenn man nicht irgendwie auf Minimalste Texturen achtet Dann wird man das nicht sehen Und wie gesagt das kann man ja theoretisch gesehen Können ja auch noch komplett ähm Neu texturieren Ähm Du sagst es Du sagst es Heute noch Glück gehabt Noch kein Absturz bis jetzt Ähm I3D So Ähm So Ähm Das mal weg hier kurz Dann würde ich sagen Dann Werden wir doch den weissen Draht Von Doc Virus Nachgehen Und speichern mal Also Das heisst Wir holen uns Die Strasse Einmal Neu So Das müsste Eigentlich so weit passen Die löschen wir Das müsste jetzt die neue sein Sieht man doch nicht mehr Dann nehmen wir hier gleich mal das Terrain Tool So Kommt noch ein Zaun davor Oder was auch immer So werden wir dann in der nächsten Zeit dann irgendwann mal anfangen zu texturieren Oder dekorieren Die ganze Stadt hier Und so hätte man hier unsere Gehweg Dem Terrain angepasst Und natürlich deutlich länger wieder als ich das erwartet habe Ja So Und eigentlich wollte ich doch die Strasse da vorne machen Nicht Der Gehweg Richtig Bücher sind immer gut Also Ähm Dann haben wir ja noch Ähm Das Teil hier hinten Das ist natürlich komplett falsch Sprich Das müsste wir dann auch noch löschen Wäre vielleicht sinnvoll Ha Wenn wir das noch Gelöscht bekommen Hier Also das machen wir jetzt hier auch mal Relativ flott Gehen hier einfach in den Wireframe Modus Malen hier einfach mal drüber Dass wir wirklich hier alle Punkte erwischen So 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 dann gehen wir wieder raus hier Normalen Modus Drei Dann haben wir wieder auf Flächenwahl umgestellt Und jetzt müssen wir eigentlich diese Kante hier Die müssen wir jetzt noch wegnehmen Mal ganz kurz gucken Mal ganz kurz gucken Mal ganz kurz gucken was haben wir hier vorne Naustaste kann man ein bisschen feiner heranzoomen Aber ich glaube das passt jetzt Und wir löschen hier nur Flächen Bei Vertices passiert nämlich Ah ok Dann passiert dasselbe Weil das Ganze vermutlich nicht zusammengehängt war Ähm Ist in unserem Fall gerade gut gewesen Also wir können auch nur das einzelne Objekt nehmen Zum Beispiel Hier Export Theoretisch gesehen könnte man es auch für die Seite noch erstellen Aber wir wollten ja eigentlich ja was anderes tun noch So Streets Import Street Und dann Welt Die hier weg Die Strasse werde ich jetzt mal ganz kurz Ich weiss sie hat die richtige Textur Aber Wir werden hier mal das Ganze überarbeiten Nur auf die Strasse Script Copy Material Dann müsste da nämlich auch Äh Müsste auch Ist nicht dabei Äh Können wir ja mal ändern Dann haben wir dann vielleicht auch mal direkt das In der Map Verbaute Die Map verbaute Textur Nein Textur Street Wir haben hier Ähm Nein wo ist sie Diese Und für das Objekt habe ich ja das Ganze Also für die Textur habe ich ja die Normale auch schon mal gebastelt gehabt Diese So Dann geht das Ding weg Das ist normal Denn wir haben keine Tangents eingestellt Und dann haben wir hier schon So ein bisschen 3D Look Okay Sieht man jetzt hier Wenig Aber ihr seht hier hinten Habe ich das Ganze jetzt so nicht Da geht jetzt einfach nur der Weg lang Was ihr eigentlich gewünscht ist Der ist ja gewünscht Also wir wollen ja Straße nach Und da unten nach da oben machen Das heißt Dann würde ich sagen Da müssen wir mal ein bisschen aufräumen Ein wenig Weil das Chaos nimmt hier langsam überhand Strasse Nein Konstruktion Und ich nehme hier Einfach mal Ich glaube wir machen sogar eine neue Neue Transform Gruppe Das geht auch mal zu Ich sollte vielleicht mal aufräumen Würde es vielleicht nichts schaden Zeit Das Ding Meist mir jetzt da mal irgendwo rein Dazwischen So Und Dann haben wir doch irgendwo Create Transform Group So Da rein Und nun Möchten wir Ja Wo ist es Ein Ein Weg Pfad Strasse Nutzen Ich würde sagen Wir nehmen gleich die hier Blaue 6,645 Meter Also ich nehme mal Das hier Ich habe es mir kopiert Dann Transform Group Hier So Und dann Control B Also Dann haben wir hier Ähm Na Würde ich sagen Lass mich das Ding mal bewegen Hallo Ah Was haben wir hier Nein Magnet Aus Warum auch immer wieder Magnet Hier Guten Abend Kohima Dann würde ich sagen Da machen wir eine Duplikation Von dem Und dann nach da oben Und das Ist jetzt natürlich halt auch wieder schräg Und das könnte natürlich jetzt auch wieder spannend werden Ob das funktioniert oder nicht Gelbe Linien auf dem Pflaster Meinst du diese hier Stimmt Warum sind die gelb Die müssten eigentlich so ausschauen Ups Äh Lass mich da raus Parking Yellow Okay Spannend Ich meine eigentlich Hätte das so angepasst Dass das Ganze nur bis hier her geht Habe gesagt Das könnte man jetzt von hier drüben Noch da rauf kopieren Also sprich Äh Das Und Das Hat das markiert? Hat das nicht markiert? Ich glaube nicht Da Mag er nicht Das andere ist Das andere ist Wir können auch das Ding hier einfach 1 zu 1 kopieren Und hier Ran Ähm Rüber kopieren Das sind wirklich die Fahrzeuge Könnte sein Könnte sein Könnte sein Könnte tatsächlich sein Einmal parkiert Kommt man nicht mehr raus Wäre auch eine Variante Gucken wir mal das Ganze an Was passiert Wenn wir das Ding hier So wie es da jetzt ist Okay Das könnte Könnte tatsächlich Ein bisschen schwierig werden Nein Stopp Ich fürchte Das ist zu weit unten Wenn wir auch Ganz wenig Ja halt so wenig Dass man es fast nicht erwischen kann Aber auch das können wir natürlich auch Wieder im Blender überarbeiten Werte schauen Ich glaube mal ein bisschen Okay aus Ob das dann wirklich Okay ist Werden wir sehen Ich exportiere das auch wieder Ähm Hier Na was sehen wir Hier Temp Streets Nein, nein, nein Export Und dann Holen wir uns die Geschichten hier Streets Und Export Selbst natürlich hier auch Export export dann diesmal ohne gehweg und ich würde sagen go und dann importieren wir die geschichte hier strassen nein ich habe natürlich das falsche importiert zwar klar importiert export das müsste es sein du bist doof mario nein 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 wir haben hier vergessen die breite einzustellen wir haben hier doch nur wo ist es 6,645 go und dann import jetzt müsste die straße nämlich nein ich mach doch nichts kaputt wird doch alles schön so das heißt da können wir nun mal das gedöhnt hier das ist jetzt alles eingestellt mal alles weg hier so das heißt wir müssen sich für das element hier ein natürlich natürlich gut ding will weile haben sagt man doch schon schöner in der schweiz geht die weil ein bisschen länger ich hoffe es mal nicht ja bei diesen strassen bin ich auch noch nicht so hundertprozentig wird muss ich ehrlich gestehen manchmal ein bisschen zu komplex manchmal macht das sind machen sie nicht das was ich gerne hätte das ist nicht das street jetzt müssen wir gucken wir brauchen eine strasse wie diese und nein das können wir natürlich nicht übernehmen weil das glänzt ja warum wir haben hier wieder was kaputt gemacht weil das glänzt nicht das passt nämlich so und das heißt nun haben wir hier eine ausfahrt text tun passt mir alles noch an keine sorge keine sorge okay es ist von da vorne ich glaube das müssen wir ändern würde ich sagen also das heißt wir holen uns das element hier zurück das auch das ding setzen wir jetzt genau mittig also ich versuche es zumindest mittig auf diese regendrinne abfluss was auch immer ich nehme ein stückchen nach hinten koordinaten müssten passen schaut es denn da oben aus wie weit sind wir da zu tief ein bisschen schon noch und auch hier müssten wir ja ok schätze mal wir sind etwa daran aber ich werde das wie gesagt im blende auch ran ziehen dass wir hier rigol rinne eine speck rolle meinst du dieser glanz hier meinst oder wie frag mich was ich weiss weil der vermutlich die falsche textur hier hat ich gucke jetzt mal gleich ich habe hier nämlich mal gesagt das ding soll ne stimmt tatsächlich passt und das ist schon krass wie das glänzt spannend spannend ja das problem ist halt hier müsste man noch wo haben wir es ne wirst ne wirst ich nehme jetzt hier einfach mal die die falls bekle rein so dann glänzt das ganze hier auch nicht mehr stimmt natürlich mit optik natürlich auch nicht Wo hast du eine Wurst? Du meinst hier, oder wie? Ja, das ist eigentlich absichtlich, aber weil das Ganze kommt dir dann so später ran, wie hier Ich kann es dir auch gleich hier mal zeigen Die Seite hier Ups, altes Tool Na jetzt Das wirst du später gar nicht mehr sehen Sprich, du hast hier Die Wiese nach oben geholt Direkt An die Kante Und spätestens dann Wenn auch hier noch Wiese da ist Dann sieht man das alles eigentlich nicht mehr Ich glaube, den Punkt hier kriege ich glaube ich nicht so angehoben, wie ich das denn gerne hätte Hier Aber wie schon Doc Weiss gesagt hat Busch davor, sieht man nichts mehr Jetzt einfach mal grob Plus minus Also hier das Ding sieht ja auch noch doof aus Aber wie gesagt, wenn da noch Gras davor ist Vielleicht ein Busch oder Boem oder sonst was Dann Dann sieht man das nicht mehr Ich wollte hier einfach einen Übergang machen Hier von Dem Trottoir Oder Gehweg Hier Hier lang Und natürlich Wie gesagt Ich kann es auch noch gleich Demonstrieren Und dann hier gleich mal Deco Follage Komm Wenn Machen wir jetzt Ne Hier in der Stadt Müssten wir tatsächlich eine andere Follage machen Wie die da draussen Weil Ich denke mal In der Stadt Sieht es ein bisschen schöner aus Nicht so Ungepflegt Darum machen wir hier Ich glaube es gibt nur Gras Medium Was ist wenn wir hier Sagen Gras Small Ein Beispiel Wie gesagt Vielleicht gibt es noch so einen Busch wie den hier Zum Beispiel Den könnte man hier Direkt schön Äh An Den Gehweg Anbauen Sozusagen Und jetzt siehst du es eigentlich Wenn ich jetzt mal so gucke Man sieht es jetzt kaum mehr Ja hier hat es noch ein bisschen Zu viel weggenommen Jetzt wird dann ein bisschen Zu viel gesetzt Äh Sind halt die Pixel hier Bei Giants Ja gut Häuser da auf jeden Fall Ja aber ich werde Nicht überall Häuser setzen Wo ich was verstecken möchte So Also Wir müssen auch gucken Dass wir jetzt diese Strasse Hier mal fertig kriegen Das ist ja eigentlich Unser Hauptziel Für heute mal Dass wir an den Strassen Weiterarbeiten Ähm Das heisst Wir exportieren Das gute Stück Nochmal Export Äh Jetzt bin ich dir wieder Sonst wo Ist klar Ja Wo haben wir es hier Äh Äh Temp Street Äh Export Yes Ja Ja Ihr seid gemein Ja Schlussendlich Ich habe Spass Ihr hoffentlich auch Und Schlussendlich Ihr müsst einfach ein bisschen Länger warten Bis die Karte kommt Ich gehe immer auf eure Kommentare ein So ist es nicht So Also Dann machen wir hier ebenfalls Nochmal ein Go Importieren Das Export Teil Und Da ist es Das Ding machen wir mal zu hier Das lassen wir mal Verschwinden Das Element Löschig Und jetzt gucken wir mal Wie das jetzt ausschaut Mit der Kante hier Nein Das war zu viel Dann müssen wir hier mal ein bisschen runter gehen Der Hardness Und der SET Geht einfach ein bisschen länger Aber Es wird dann ein bisschen feiner Hehehe Ja schön wär's Schön wär's Das heisst Ich müsste dann Jeden Tag hier streamen Weil ich Nehme ja hier eigentlich Was ich streame eigentlich Die Karte Im Bau Und ausserhalb Mache ich nur Knapp mal noch ein Tutorial So Am 6. zum Nikolaus Ja Privatleben Ich weiss Das wollt ihr nicht hören Geht ja so gar nicht Privatleben Was bist du wahnsinnig Nein 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 Ich will hier Textur Noch So So Dann kommt meine ewige Textur An die Strasse Ran Und auch hier So Könnte man lassen Ob mir das hier gefällt Bin ich noch nicht ganz sicher Ich glaube Nein Das heisst Dann müsste ich das Ganze Hier noch weiter rüber ziehen Ähm Auch das hier Ähm Privatklamm habt ihr auch Das gönne ich euch Ja du Maria Hast keins Ich weiss Du arbeitest nur Schön dass du aber da bist Und die Arbeit mal Stecken gelassen hast So Kriegen wir heute vielleicht doch noch was hin Ähm Die Frage ist Ob wir das so lassen wollen Mit dem Tiefen Gras Das hat mich hier vorher mal gemäht Und weiter hinten dann nicht mehr So Ich bin mir halt nicht sicher Ob das wirklich sinnvoll Ist so Na Ja Ja Ich bin mir halt nicht sicher Eigentlich müsste es hier Ähm Moment Geh mal weg da So Den kopiere ich mir mal Ähm Dann haben wir Wo haben wir die Strasse Ich glaube das war Nein War das diese Yes Ähm Ich speichere lieber mal wieder So Und dann Ö Nein So bestimmt mal nicht Ähm 0 0 Okay Keine Ahnung was du für Winkel hast Aber definitiv Nein Ähm Freeze Rotation Und das hier Upsala Das war jetzt doof Das löschen wir nochmal weg Den nehmen wir So Und Kopieren den auch hier rein Ja 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 Zündet ihr bloß Ich hab hier auch Mein Spass So Das heisst Dieses Dieser Strich Hier So Also Dann Würde ich sagen Setzen wir das Ganze nämlich So etwa Etwas so Nein nur ein bisschen Nur ein bisschen So Da kommt hier vorne Stopp hin Hier Stopp Und ja Die Phantomtafel Kommt dann auch noch hin Aber ich glaube Irgendwie sieht das nicht gut aus So Jetzt so angucken Hier So Also Die Eagles anzupassen Immer ein bisschen mühsam Bis man da den richtigen Punkt gefunden hat So Müsste man halt dann wirklich mal Im Spiel angucken Nein Das passt natürlich dort noch Immer noch nicht Aber ich glaube Wir sind doch Relativ Bündig Hier Auf der Kante Nehmen wir es mal ein Stück Wirklich nach oben So Oben Und die Kante hier Das wird Das wird überlappend sein Ich werde dann auch Dieses Element Äh Im Blender Anpassen Geht dort einfach viel besser Als hier im GE Das Terrain ist sowieso noch Das ist sowieso noch viel zu weit unten Das kann man natürlich wie gesagt Auch hier einstellen Hier Cast Shadow Und da sehen wir Das ist die Das ist eigentlich richtig und auch hier vorne viel zu tief nachkommen aber das ganze anzupassen das ja das werde ich mal gemütlich das werde ich glaube mal auf stream machen weil das ist wirklich formelig ja ich weiß man könnte es mit eins machen aber ich habe den fluss und das ganze habe ich ja auch schon mal gemacht bei einer strasse drüben hat genau gar nicht funktioniert mein ort war es zu tief am an ort was zu hoch also kann es gab so gut von hand machen es soll doch schön werden also da vorne auch noch sagen ich mache jetzt gleich mal mein obligatorisches häuschen und dann sage ich euch was ich dennoch mache machen möchte heute hat auch hier mit dem mapping zu tun machen wir vermutlich in den letzten halben stunde oder kannst nicht im blender anpassen du kannst den boden zwar importieren im blender anpassen kannst du nicht weil der boden kommt ja aus dieser text datei unter maps data und die map dm ist diese hier also diese diese datei ob es falsche bildschirm diese datei zeigt dir eigentlich was ja ist ja gut was die höhen was die tiefen sind also schwarz tief hell hoch wie gesagt wenn du was bauen möchtest im blender dann gehst du einfach hierher alt nach oben train und einfach den menschen ist mal kurz ist hoch und der ausschnitt den du dann so siehst der wird exportiert wir können es mal testen ich habe selbst noch nie gemacht ich habe es nur immer gesehen export selection obj terrain speichern blender import obj terrain jetzt siehst du eigentlich so das terrain in diesem ausschnitt keine ahnung warum das dahinten mit dabei ist aber du könntest jetzt sozusagen die ganzen strassen hier komplett im blender bauen mit dem richtigen train wie es aktuell ist dass wir diese hier der fluss dann hier vorne kommt der see ist halt nicht mit dabei also da ist der see und upsala tschuldigung falsche taste ja viel mehr ist hier nicht nee 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 wie gesagt du kannst es nur importieren oft auf dem blender bauen also ich werde doch noch das ein und andere im blender bauen müssen definitiv aber viele dinge machst du wirklich eigentlich im ge drin jetzt bin ich jetzt so langsam und eigentlich wollte ich kurz ein päuschen machen naja koschima du hast es drauf du hast es drauf also dann haben wir hier den nächsten übergang ins obere dorf übergang nach unten und hier vorne natürlich der weiter weitergang ins dorf auf die nächste kreuzung dass es du auch mal siehst du weißt du weißt du glaubt noch nicht hier meine ich wir haben hier mal ein paar kreuzungen reingeholt nein und wenn auch kein problem sonst wäre ich einfach weg ich wollte hier einfach ein bisschen weiter machen also ich muss ganz ehrlich sagen die liegen hier gefallen mir gar nicht das sieht der steifen deutlich besser aus ich werde das mutig noch überarbeiten die katze jammer die ganze zeit also katze ist kein indikator und die bekannt bekommt so viel liebe und ist jedoch immer noch zu wenig ja also würde ich sagen kleine pause hier und ich bin gleich wieder zurück ich würde sagen was lass ich mal so also ich würde sagen bis gleich so da sind wir jetzt gucken wir noch mal und jetzt ist der blöde jackpot endlich na geht doch geht doch also so katze hat hunger nein meine katze hat nie hunger respektiv sie muss nie hungern weil sie kann eigentlich immer fressen wenn sie mag fressen ist immer genug da sie frisst aber trotzdem nicht so viel wie sie sollte was meinst du schaut interessant aus das hier vorne wie gesagt das können wir noch anpassen so ist es nicht und auch das hier ich glaube das werde mir danach gleich noch basteln würde ich mal sagen ähm 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 das ist unsere kreuzung ähm das ist die andere und ja haben wir hier keines blinds oder wie oder was das ist aber auch spannend alle beieinander gelegt ok interessant ja gut ich würde sagen dann machen wir das halt dann auch analog zu dem was wir da vorne gemacht haben ähm ähm bendix am besten mit dem train ich glaube nicht nein ich habe sie nur ausgeblendet das waren die hier ähm du kannst gerne auf mein disco kommen habe ich jetzt eben kurz äh getestet sag ich mal ähm da beantworte ich gerne alle Fragen rund ums Modding und Mapping guckst du meine ersten Folgen an ich glaube da beginnen wir eigentlich auch grundsätzlich mit meiner Karte lasse ich mal ganz kurz gucken wo habe ich ich habe das Chaos auf meinem Rechner zum Glück seht ihr das nicht habe ich das überhaupt noch irgendwo es ist vielleicht hier drin Map Map ich bin mir nicht sicher ob ich das sogar noch habe oder schon wieder weggeschmissen habe Karte 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 Textur ich glaube nicht ne also ich weiss ich habe es tatsächlich noch im Geschäft dort habe ich es tatsächlich noch in einem Meeting mal ein bisschen Langeweile gehabt ein bisschen gemalt im Paint aber ich bin mir nicht sicher ob ich das überhaupt noch irgendwo habe drauf möglicherweise habe ich das schon gelöscht weil ich sehe es jetzt so ähm gerade nicht also ich bin wirklich im Paint hingegangen habe da gepinselt ich will den See ich will da Berge ich will dort eine Verkaufsstelle habe dort einfach mal angefangen und irgendwann wird es dann zu einer Karte sehr schön das freut mich das freut mich und wie gesagt ähm wenn es zu kompliziert ist komm einfach in den Discord rein da helfe ich sehr gerne und weil wir schon davon sprechen ich möchte heute eigentlich gleich jetzt ähm ein Live-Tutorial machen mit euch zusammen ähm was ein Zuschauer gefragt hatte dann würde ich sagen wir nehmen das gleich live auf normalerweise mache ich das freitags bis tief in die Nacht na Mario weisst du ja ähm Tutorial soll heute werden wie beseitige ich mein Chaos in der Map schön wär's also ich würde mal sagen ähm wir räumen mal ganz kurz auf hier Location wir haben hier die Kapelle schmeisst wir mal da rein die Splines die Splines hallo stopp 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 Spline H Shift H Shift H Shift H Shift H das ist unser komplettes Strassenset das blende ich jetzt mal ganz kurz ein weil wir das nicht hier machen bei diesem Chaos wo machen wir das wo machen wir das ich würde sagen ich würde sagen wir machen das Ganze hier drüben soll wir es hier drüben machen na macht ihm auch keinen Sinn ach komm wir machen es nur als Tutorial wir löschen das Ganze später nochmal ja die Kapelle ist eingefügt aber natürlich noch nicht noch lange nicht fertig die sieht aktuell so aus also man sieht Texturen hier oben stimmen noch nicht das Problem was ich aktuell am grössten habe ist das hier hinten dann muss ich wirklich nochmal mit einem Blender Texturier Guru quatschen wie ich das hier hinbekomme dass das einigermassen vernünftig und anständig ausschaut aber grundsätzlich alles andere easy kriegen wir hin aus oben kriegen wir auch hin das Ganze gedöhnt hier drin ist auch einfach aber wie gesagt das das da hinten das ist das was mir momentan das Genick bricht diese doofe Rundung hier das wird schwierig das wird schwierig gleich muss ich da wirklich von Hand die Textur basteln aber nichtsdestotrotz ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal hierher und mal hier mal ganz kurz provisorisch ein Weg so also passt soweit dann haben wir jetzt muss ich gucken dass wir hier im richtigen Folder drin sind ich glaube das ist da hier genau Spline und das geht es hier und ich habe hier einen doppelten Spline hier ich glaube das ist der nein rechts ich glaube das ist der originale und das hier wo ist er der Traffic Loop genau das ist den den ich da mal von Hand gebastelt habe dann können wir eigentlich löschen zack und weg ist er na so den brauchen wir nämlich nicht mehr weil wir können dieses Spline nämlich nutzen für unsere Strasse äh der zweite Spline hier den nicht der funktioniert leider nicht also also dann würde ich sagen wir fangen hier mal an äh äh na 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 ähm 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 für das muss ich noch ganz kurz mal ich lade es mir einfach mal noch eine Karte das wäre zum Beispiel wo haben wir es Maps US und Map ähm 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 mal gucken wie lange das Tutorial geht ich hoffe maximal eine halbe Stunde aber ihr kennt sie von mir meistens geht es ja länger wie das Laden dieser Karte so dann auch hier auf Gameplay und dann haben wir hier ebenfalls die Splines so ähm ähm gut und AI AI das brauchen wir aktuell nicht das gehe ich heute noch nicht ein müsste passen gut ich würde sagen wir nehmen auf ist halt live dabei oh stopp für das Tutorial brauchen wir natürlich keine Musik kann es stören na gut die kann ich jetzt ausschneiden passt also gut dann let's go so jetzt auch mal na he 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 stopp ähm ihr wollt ein Auto KI Verkehr in eure Karte einbinden mit Fussgänger geparkten Autos dann bleibt dabei und seht zu wie das ganz einfach fix erstellt wird so jetzt einmal und herzlich willkommen mein Name ist Tom wie gesagt wir bauen hier ähm das Traffic System für die KI Autos in eine Karte ein zusammen auch mit den Fussgängern die wir hier regelmässig ähm sehen die auf der Karte rumlaufen und auch eben die geparkten Autos die hier vor den Läden oder sonst wo stehen am einfachsten einfachsten kriegt ihr das wenn ihr einfach eine Karte öffnet äh ich habe jetzt in diesem Beispiel die ähm Elm Creek geöffnet das findet ihr einfach simpel auf eurem Farm Simulator Ordner Data Maps Map US in dem Fall geht hier auf Map I3D ich habe das Ganze schon gemacht dass das Tutorial nicht allzu lange wird geht vermutlich schon lange genug sowieso und dann habt ihr hier unter Gameplay ähm das ganze System mit dem wir hier heute arbeiten wollen wir haben hier den Ort der Splines und darunter finden wir dann das Traffic System und das Pedestrian System AI äh ist mehr für den Helfer das werden wir dann später in einem anderen mal angucken ich gehe drauf ein weil ein Zuschauer darauf gefragt hat wie das Ganze funktioniert und somit ähm machen wir das heute das heisst ihr nehmt hier die Splines ihr exportiert diese in zum Beispiel eure Map hier Export Selection sonst wo hin das habe ich bei mir schon gemacht ähm ich gehe jetzt hier einfach mal auf meine Karte zum Beispiel und ihr seht ich habe das Ganze hier drüben einfach neu importiert auch das IA stimmt natürlich überhaupt nicht überein ähm gilt hier einfach nur als Vorlage das könnt ihr alles nutzen ihr könnt auch alles wieder löschen und komplett selbst erstellen das werde ich euch zeigen wie das heute funktioniert ähm wir gehen mal kurz auf das Pedestrian System ein das Fussgängersystem habe ich ja schon zwei erstellt hier auf der Karte einmal den Weg hier hinten und der Small Path da vorne aber wie gesagt ich zeige euch das jetzt einfach mal im Detail wie das genau funktioniert ähm für das könnt ihr entweder das kopieren was bereits schon vorhanden ist sprich ich mache das mal ein bisschen kleiner wir brauchen das nicht zwingend aber wir brauchen hier Script Windows Entschuldigung User Attributes und da kommt dieses schöne Fenster vor braucht ihr zwingend vor allem dann fürs Traffic System dann umso mehr am besten wie gesagt ihr kopiert das ganze Ding einfach ähm ich mache jetzt hier mein Small Path den dupliziere ich hier einfach mal mit äh Control D dann geht's ne Weile und dann haben wir einen zweiten Pfad da ist er und dann kopiere ich mir mit Control B einfach mal hierher und mal gucken ob das funktioniert ich befürchte fast nicht tatsächlich nein also dann gehen wir auf den Punkt des Geschehens der ist nämlich hier bei mir aktuell weil ich habe die anderen Punkte alle schon gelöscht hat es jetzt doch funktioniert und ich habe es nicht richtig eingeblendet kann das sein Momentchen das ist nicht doch das ist der ach man falsch benannt ja auch schön also dann gehen wir mal dahin dann müsste er ja guck da ist er doch schon das ist der Pfad den wir hier eigentlich kopiert haben das heisst ich habe jetzt den eigentlich wo ist der der ist auf 0 0 gesetzt lassen wir jetzt in dem Sinn auch so das heisst das ist jetzt das Element und ähm Hide ich lösche das Ganze hier einfach mal und wir gehen hier zu diesem Punkt hier vorn äh nicht die Tanne bitte den Punkt hier ich lösche jetzt hier einfach mal alle Punkte die wir hier haben dass wir hier möglichst wenig Punkte haben ihr seht schlussendlich auch auf was ich heraus oder aus will so ähm wo sind wir genau jetzt haben wir jetzt eine Spline klar ihr könnt die Spline natürlich auch hier über create ähm wo haben wir es Spline erstellen oder ihr kopiert die einfach dann habt ihr hier schon die Attribute die ihr braucht und ihr geht jetzt einfach hier auf das S das ist nämlich euer Start na komm Kontroll B das ist der Start nun zum Beispiel der hier und dann haben wir hier das E wir haben es erwischt so das heisst wir haben jetzt hier zwei Punkte von dieser Spline dieser Linie die können wir jetzt hier mit diesem Pfeil auch anpassen so wie wir sie gerne hätten so wie die Fussgänger später dann laufen werden ich drücke jetzt Insert ihr habt es vielleicht schon gesehen es hat hier einen weiteren Punkt ergeben den kann ich jetzt auch entweder mit den Pfeilen bewegen oder Kontroll B hier nach vorne ziehen dann haben wir hier die Linie hier und wir haben jetzt hier die Punkte blau und rot ich glaube das eine ist für Radius das andere einfach für den Mittelpunkt glaube ich zumindest könnt ihr einfach da ein bisschen spielen so wie es euch gefällt ich mache jetzt hier nochmal Insert Control B dann haben wir hier nochmal Insert Control B ich glaube die Fussgänger haben so eine kleine Range wo sie laufen sie laufen grundsätzlich oben solange die Linie nicht zu weit oben oder zu weit unten ist funktioniert eigentlich Insert Control B und jetzt haben wir hier die Kurve die müssten wir jetzt ja ein bisschen schöner hinbekommen das heisst einfach wir ziehen das Ganze ich kann das Ganze auch nach oben ziehen dann sehen wir auch die Linie so und ihr seht ja es ist nicht ganz so schön also nehmen wir den Punkt hier her Insert Control B Insert Control B und jetzt können wir hier einfach an diesen Punkten ein bisschen spielen dass wir hier eine schöne Kurve hinkriegen seht das ist der Rote der rote Punkt und das hier ist der blaue Punkt so ähm und auch den bewegen noch ein bisschen und so hätten wir die Spline für die Fussgänger hier erstellt na komm den nehmen wir noch ein bisschen weiter raus und der Fussgänger funktioniert schon das ist das einzige was ihr machen müsst der Fussgänger wird jetzt von da nach davor laufen und wieder zurück das ist das einzige was ihr braucht bei den Autos ist es anders bei den Autos braucht ihr zwingend ein Loop sprich ähm ich nehme jetzt mal den hier den habe ich schon erstellt einfach dass ihr das seht den Loop hier ähm was ich in der Zwischenzeit natürlich herausgefunden habe sie müssen nicht zwingend verbunden sein die Startpunkte und Endpunkte müssen einfach in der richtigen Range oder Nähe sein dass die Autos wissen wo sie langfahren können also sprich man kann den Punkt bis hierher setzen und dann mit dem verknüpfen mache ich jetzt nicht weil die Linie ist irgendwo da hinten fertig heisst das müsste wieder ein bisschen länger gehen aber wir machen das jetzt einfach mal testweise hier Script äh nein Create dass ihr das mal seht ähm Create 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 Spline die wird jetzt hier unten erstellt so ziehe ich jetzt da rein unter ähm Traffic System hier und ich möchte jetzt da den Punkt sollte vermutlich schon da sein so ähm was ist die Spline wir können natürlich jetzt hier einfach mal das S fassen na ich möchte das S den Startpunkt hallo na wo haben wir es so also ähm das Ganze ist natürlich jetzt auch wieder nicht mittig das heisst ich mache jetzt hier einfach mal das Ganze mal genullt Control B dann habe ich hier S ich möchte den Punkt hier genau den Control B und dann hat noch das den blauen nein habe ich verklickt Spline genau es müsste nein das ist der Mittelpunkt so Control B so und ich glaube hier haben wir auch ein bisschen mit dem zu viel gespielt das heisst ich delete jetzt einfach das Ganze mal na wo ist er jetzt gib mir den Punkt eher schwierig äh eher schwierig na gib mir doch den Punkt mal dann gehen wir einfach mal zum Mittelpunkt wo das Ganze ist das müsste hier unten sein hier ups war zu tief den Punkt möchte ich hier haben wir ihn nein ach komm warum warum möchte der Kollege hier nicht der funktioniert da so haben wir den jetzt jawohl so also also wie gesagt wichtig ist beim Autosystem ähm dass wir hier einen Loop generieren wir haben hier wieder einen Hügel ich lasse es jetzt einfach mal dass ihr das ein bisschen seht ah ne der ist tatsächlich Boden versunken darum arbeite ich immer mit Control B weil bei Control B ist das immer oben auf dem Terrain höchsten Punkt so äh auch hier wieder mit Insert Control B ähm Insert Control B Insert Control B zum Beispiel müssen gucken dass wir hier nicht ins Haus fahren so und nochmal Insert jetzt haben wir den Punkt glaube ich sogar hier eingefügt das war jetzt nicht so schlau Delete so Insert Control B Insert Control B so jetzt haben wir eigentlich das hier und jetzt versuchen wir mir eine These die ich gesagt habe zu ähm wiederholen also zu korrigieren dass wir hier einen Loop haben ich glaube das Ding ähm setze ich mal da hin und basteln hier uns eine Kurve mal gucken ob das funktioniert bisschen steil aber mal gucken vielleicht funktioniert es ja so äh das hier nein kriegen wir den blauen Punkt hier ist so ein bisschen tricky die ganze Geschichte so also das heisst ich dupliziere dieses Plan jetzt nochmal ne stopp 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 weil ähm sonst muss ich das ganze ja zweimal machen ich habe gesagt Attribute wir brauchen hier Attribute also ich gehe jetzt mal auf den hier und ihr seht schon wir haben hier die Attribute die eine Traffic Spline braucht ähm jetzt haben wir hier solche Punkte hier MaxSpeed Scale 1 Speed Limit 87 ähm wie mache ich die wie finde ich heraus was es ist das heisst ich werde das Ding hier einfach mal exportieren dieses Element hier oder ich kopiere es einfach das wäre einfacher aber wenn ihr es wirklich komplett selbst machen wollt exportiert ihr das ganze äh als i3d äh ich schmeisse es jetzt hier mal in meine Strasse traffic speichern geht dann auf dieses i3d das ich jetzt hier abgespeichert habe das ist jetzt hier bei mir äh wo habe ich es traffic rechtsklick weitere Option edit with notepad und nun seht ihr das ganze ähm user attributes sprich hier unten und da seht ihr eigentlich auch die Attribute wie sie gesetzt worden sind also sprich type script callback value 1 script callback value 87 ist genau das was wir hier eigentlich sehen das heisst im Grunde genommen müssen wir hier sagen ich hätte hier gerne bei der spline ein script callback ähm müssen wir ganz kurz gucken wie heisst das ding max speed scale oder wie ich faul vom schreiben bin ich kopiere mir das ding einfach so also sage ich hier script callback ähm kopiere das rein aufpassen dass wir hier keine ähm abstände haben add 1 und dann das andere war ja die speed limit so könnt ihr die Attribute übernehmen ohne dass ihr das ganze ähm kopieren müsst so könnt ihr das einfach selber schnell bearbeiten und da speed limit auch hier Abstände gucken haben wir keine add und machen hier 87 und damit hat dieses spline die gleichen werte wie dieses spline hier oben und jetzt dupliziere ich das ganze weil auch diese attribute werden natürlich übernommen so also das heisst ich gehe jetzt hierher delete 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 ich werde das ganze jetzt einfach mal löschen wir haben jetzt diese zwei punkte hier sprich dieses startpunkt ich hoffe ich nehme jetzt den richtigen yes setze ich hierher der endpunkt den wir hier haben ja jetzt machen wir ein bisschen slalom zack insert ctrl b insert ctrl b insert ctrl b da müssen wir jetzt gucken dass wir hier nicht ins haus reinfahren vermutlich hier auch insert ctrl b also haben wir hier die möglichkeit das ganze zu nah wie möglich zu verbinden ich bin tatsächlich nicht sicher ob das wirklich funktioniert noch nie getestet aber wir werden es sehen kommt wir machen das ein bisschen gerade dass es ein bisschen anständiger ausschaut so dann bis noch da hinten müsste eigentlich gehen jetzt gucken wir mal ob wir die kurve hier noch ein bisschen anständiger hinbekommen da der blaue punkt ist da oben ja ok das habe ich mir fast schon gedacht dann machen wir das ganze halt wirklich so ne ne wir lassen wir lassen es so wie gesagt müsste eigentlich gehen den ziehen wir noch ein bisschen näher ran aber immer von der sicht her ist immer ein bisschen schwierig so und dann haben wir das gleiche spielchen hier hinten auch den werden wir jetzt hier sozusagen anknüpfen oder ranlegen sage ich jetzt einfach mal so müsste eigentlich passen gut also dann haben wir hier mal eine Spline gelegt wo Autos fahren sollten und jetzt haben wir natürlich auch noch geparkten Autos auch die kommen natürlich gleich direkt mit wenn wir das ganze exportiert haben ein bisschen auf also hier wie gesagt sind alle Autos die irgendwo mal auf der rum gestanden sind das sind einfach nur Transform Groups ist egal könnt jetzt hier einfach irgendwas nehmen die sind jetzt angeschönnt mit der Bowling Bar zum Beispiel die kennt ihr alle auf der Elm Creek vielleicht weiss es nicht und da sag ich jetzt einfach mal oder haben wir ein Food na komm ich nehme eine Bowling Bar geht auch und die setze ich jetzt zum Beispiel einfach ich habe die schon dahin gesetzt ihr seht schon die sind schon bereits hier gesetzt die brauchen hier keine Attribute die müssen einfach hier drin unter Parked Cars sein und dann sollten die Autos auch eigentlich hier dann erscheinen wenn das Ganze nicht funktioniert dann werden wir sehen dass wir nichts sehen und ich würde sagen ich speichere mal und wir gehen mal ganz fix in unsere Karte rein dazu starte ich mal kurz das Dashboard gespeichert ist nun da ist er schon und einmal Launch und wird geladen so karriere hier brauchen wir immer ein neues Save Game dann lassen wir alles mal drin ist ok passt und jetzt haben wir das ganze hier drüben gebaut da werden wir gleich kurz hin fliegen möglicherweise die geparkten autos brauchen zum teilen mal ein bisschen länger ein bisschen weniger lang aber man sieht es schnell dass es funktioniert hat oder eben halt nicht so bitte laden sie kommt noch fünf sehr schön so jetzt bin ich gespannt okay hier haben wir schon mal keine autos es könnte anscheinend dann wirklich sein dass das vermutlich gar nicht funktioniert hat f12 f12 doch es hat funktioniert ihr seht hier habe das auto und fährt hier lang also heißt das hat unsere teststrecke hier funktioniert mit unserem auto hier wie gesagt das ganze mit den geparkten autos dauert meistens ein wenig bis das ganze hier funktioniert hier die werden früher später erscheinen und auch die fußgänger ah guck da kommen sie die werden jetzt hier lang laufen heisst es wenn irgendwas nicht funktioniert sprich ihr habt irgendein loch in dem loop von hier ich habe ihn jetzt eingeblendet gelassen hier dass man das sieht wenn der nicht funktioniert dann habt ihr keine geparkten autos dann habt ihr keine zuschauer vor allem ihr habt dann keine fußgänger und auch die autos funktionieren nicht das heisst nun ich möchte mal kurz gucken haben wir hier irgendwo geparkte autos denn ich habe welche schon verbaut normalerweise wären welche hier aber wie gesagt die brauchen meistens ein bisschen länger bis die erscheinen kann man nicht erzwingen leider und ich weiss es nicht ich weiss es nicht und hier werden eigentlich auch autos aber werden vermutlich später kommen gut ich hoffe ich hoffe ihr hattet das wissen aufgesaugt dass ich euch hier vermittelt habe und ihr wisst jetzt auch wie man das ganze traffic system einbaut das pedestrian system und geparkte autos wie gesagt vertraut mir geparkten autos werden früher später erscheinen sobald das system eigentlich funktioniert in diesem sinne viel spass beim basteln wenn ihr fragen habt schreibt sie in die kommentare oder kommt am discord vorbei bis dann viel spass tschüss bye so danke mario für deinen raid schön dass du da bist sorry ich war gerade in einer aufnahme wir haben hier kurz ein tutorial gebastelt für das ki system also sprich diese wunderschöne route hier und auch vielen dank an die zuschauer die alle so schön gekommen sind und ebenfalls die follows ich switch jetzt hier wieder auf meine normale streaming ui und da seht ihr auch gleich wer hier gejoint ist vielen vielen lieben dank vielen lieben dank danke mario dass du da oder dass wir hier keinen durcheinander kriegen und ja mario ich weiss du hast der bau simulato gespielt ich hoffe es war schön und erfolgreich vielen dank vielen dank für die follows schön dass ihr alle da seid wunderbar ja das video wird am samstag kommen samstag abend die ein guckt dann fern die anderen werden da ein bisschen modden ähm genau ich würde sagen wir switchen jetzt wieder rüber auf die karte wo wir gebastelt haben ähm alte vier tschüss so nee case ich gehe nicht noch nicht noch nicht das war nur fürs video das war nur fürs video ich habe doch gesehen dass ihr gekommen seid gute nacht mario schlaf gut guten abend tom ähm tom genau sasha ja wir haben hier heute gebaut ähm zum einen wie gesagt das tutorial haben wir gebaut da hinten für das pedestriansystem KI ähm auf einen wunsch eines zuschauers und wir sind hier gerade ein bisschen am pröbeln dass wir hier eine schöne Einfahrt hin bekommen äh lass mich kurz gucken in mein Chaos hier wo haben wir denn die Strasse die Strasse war hier zack weg also die Strasse haben wir jetzt neu gebaut hier ähm die Ausfahrt hier ebenfalls die vom Shop kommt und ich würde sagen wie bereits angekündigt werden wir jetzt noch ähm eine kleine zweite Strasse basteln die die dann hin zum Shop geht und ich glaube wie gesagt äh hier müssen wir selber was raus tüfteln ähm tendenziell wird das eine Einbahn Strasse so ins Quartier rein das heisst ich hole mir nun mal ähm das Tool hier weg dankeschön das 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 wo haben wir es wo haben wir es versteckt ähm ich glaube es war unter nein was doch hier hier in mein Chaos Ordner perfekt also dann haben wir ja ähm ich meine das wäre war es dieser nee war es dieser yes aber äh der ist gar nicht in der Construction drin so das heisst der kann wieder versteckt werden den duplizieren wir hier ctrl d und mit dem werden wir jetzt hier weiter bauen das heisst wir setzen hier oh nein jetzt müssen wir gucken ähm wegen den negativ werten ich würde sagen das ist der Kollege den setzen wir mal hier her also negativ wird hier in der Rotation ähm das heisst wir müssen den mal so drehen genau wir haben jetzt 0 0 auf x und z das ist perfekt weil da dürfen wir nicht das dürfen wir nicht ändern also wir können es ändern aber dann fängt die Formalei an das wollen wir aiaiaiai falscher trigger so also die Strasse wird hier etwa auf der roten Linie gemacht das heisst wir kriegen hier die Kante ich glaube den Pfeil der Pfeil ist eigentlich weg das heisst den Pfeil hier machen wir weg just incoming das heisst das Ding hier schieben wir jetzt auch mal auf die Seite zum Beispiel hier so einbahn wir haben hier eine einbahn strasse so dann machen wir das ganze gedöhnt hier wieder zu genau dann haben wir hier das zweite element das ist das da drüben aktuell das hier basteln wieder nach ctrl b so ich würde sagen wir setzen das ich glaube das ist noch schief und schräg und überhaupt ich setze das ganze jetzt hier einfach mal komplett alles auf 0 mit ctrl d setze ich das ganze hierher ok es war doch gerade das heisst in dem fall ist ja genau dann ist das schief und schräg müssen wir da halt wirklich noch gucken wie wir das ganze hier rein friemeln wollen oder wir werden diesen ja hier oben ist es eigentlich gerade dann müssen wir das ganze halt wirklich ich hoffe das kommt gut ich hoffe das kommt gut mit dieser kurve hier das wird richtig übel jetzt jetzt schon könnte tatsächlich eng werden es könnte eng werden ich glaube ich setze es ein bisschen weiter nach vorn etwa so ziehen den hügel nach vorne duplizieren na so dupliziert ist es dann geht das nächste element hierher drehen wir jetzt ich gucke hier auch wieder auf die minus werte also wie gesagt minus werte wären sowas das hat das tool überhaupt nicht gerne das ist aber auch die komische rechten art die da von chiants leider kommt man kann es nicht anders sagen nein duplizieren weil die sollten einfach null bleiben nur das hier drehen aber sobald man hier 180 überschreitet fangen die x z achsen an zu mitspielen sozusagen so und das setzen wir jetzt hierher ich glaube da müssen wir dann später dann auch noch wir können gucken ob wir das gleich mit integrieren können so das ganz will ich natürlich auch wieder im blender später noch anpassen passt noch nicht ganz ja noch nicht ein wenig ich würde sagen passt und von der höhe her ich sehe es nicht wo ist die strasse sieht man es von hier ist doch viel zu hoch wir müssen hier etwa mittiger ran könnte gehen passen wird vermutlich nicht aber wie gesagt blender macht es möglich das hier möchte ich nach unten gedreht haben ein wenig nach vorn müssen wirklich gucken dass wir die wölbung hier relativ schnell ja komm ich lasse es mal wir werden sehen wir werden sehen was passiert also dann haben wir hier die vier objekte hier 1 2 3 4 alle gucken in die gleiche richtung das ist wichtig so und dann würde ich sagen export selection export und holen die geschichte nun jetzt in den spline street constructor rein da export hier hier die spline punkte sind aktuell zwei weil das ganze ja von da kam die werden wir jetzt natürlich somit auch aktualisieren jetzt haben wir vier ich würde sagen wir testen es einfach mal da linker rand rechter rand und ich bin gespannt ob das funktioniert ähm gbgd das funktioniert ja sowieso nicht load parameter für linken rand äh das suchen wir diesen ist schon wieder wo hatten wir den wo hatten wir den war der noch hier unter tools gbgini und hier auf der seite ebenfalls ähm die einstellungen sind noch dieselben sehr schön und dann machen wir hier einfach mal go 396 triangles also das sind die dreiecke das heisst das sieht eigentlich nicht so schlecht aus so viele weil wir hier auch den bordstein und den gehweg gebastelt haben sonst wäre es deutlich weniger und jetzt kriegen wir hier unsere strasse sehr schön natürlich haben wir hier auch wieder das problem dass die textur nicht stimmt was wir theoretisch mal machen können wir können sie mal testen ich weiss nicht ob es funktioniert ok hier ist das problem ja hier muss die strasse dann wieder so weg ähm was wir machen können ist ich weiss nicht ob es funktioniert aber wir gucken einfach mal aber ich glaube nicht dass das geht ich habe es zwar so im video gesehen aber bei mir hat es nie funktioniert wir öffnen einfach mal dieses file hier als Einzelobjekt Textur hätten wir eigentlich gesetzt theoretisch so und jetzt mit dem F gehen wir dahin wo wir hin wollen ja es ist ein Teil ein element was sagt konsole error 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 weil missing dds file ja okay das ist egal aber das kann nicht sein wenn das teil hier ein objekt ist kriegen wir nicht zwei texturen drauf also wir müssten das ein teil haben und das ein teil das heisst ich werde das ganze schlussendlich im blender zerteilen und jeweils die textur drauf legen sprich gleich wie das hier haben wir auch so gebastelt im blender das ist ein teil und das ist die übliche strasse jo gute nacht bendix schlaf gut bis zum nächsten mal und auch hier sieht man eigentlich auch die breite die passt hier nicht die werde ich natürlich so anpassen dass wir hier gleich bündig kommen aber was mich ein bisschen stört ist die form hier sieht ein bisschen wir aus sei es machen hier kurz eine drehung oder wir gehen hier einfach ein bisschen weiter raus so wir exportieren die geschichte nochmals dass die strassen ein bisschen natürlichere form bekommt export yes hier laden wir das ganze noch mal jetzt wette ich wieder im falschen ort drin ist klar map streets und export da unten laden wir es auch noch mal ob wir das müssen oder nicht ist egal wir haben es geladen und go also wir haben ein paar triangles weniger ob das was genutzt hat werden wir jetzt sehen ich sollte glaube ich mal speichern dann hier auch eine gute nacht case schlaf gut also das hier geht weg na es sieht schon ein bisschen besser aus was haben wir hier welche strasse war das noch mal die da vorn die schieben wir mal kurz da oben rein dann wäre wieder mal ein bisschen aufgeräumt so ich glaube tatsächlich könnte man stehen lassen ähm wir können natürlich auch sagen wir nehmen das noch ein stückchen vor und ist die schräge hier ein bisschen weniger steil aber wir drehen das ganze mehr ein ich würde sagen wir lassen es so export selection export yes dann das gute stück hier wieder importieren auch hier laden wir das ganze nochmals neu und go und ja wir haben schon wieder weniger das ist natürlich auch sehr gut für uns frisst natürlich ein bisschen weniger performance so komm also das machen wir mal weg hier ich würde sagen wir machen mal kurz hier die textur hier weg äh komm replace vermutlich können wir das hier nehmen ja passt mal so dann sehen wir wenigstens mal was wir hier eigentlich bauen macht ja auch sinn da ist noch was stückchen haben wir hier noch was und da oben das gucken wir jetzt auch noch gleich an ja das sieht tatsächlich ein bisschen schwieriger aus hier ich werde das ganze hier mal kurz aus machen auch hier werde ich vermutlich das gleich Prinzip machen oder ich sage einfach ähm ok der ist zu weit drin der würde eigentlich gehen dass wir zum Beispiel sagen hier gibt es keinen Trottor mehr oder einen gehweg weil das ganze geht da lang könnte man machen ich würde sagen wir nehmen das gute stück mit das haben wir eigentlich schon im blender drin das heißt ich exportiere das ding export selection als obj street speichern yes und da haben wir das terrain noch mit drin das löschen wir das brauchen wir nicht so und machen hier import obj ich glaube das war sowieso nur ein objekt genau so ist es so also nein 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 machen wir das mal so dass wir die geschichte hier drin mal weg klicken so wie haben wir das da drüben gelöst ich glaube das gehört auch zur strasse so wir nehmen hier alles mal weg dass wir die beiden objekte vereinzeln können die gehwege immer wieder schwierig vom blender in ge zu wechseln weil ja tastenkürzel sind anders bewegung eigentlich dieselben so das war zu viel können wir einfach wieder anmalen hier theoretisch gesehen könnte ich hier ja eigentlich das anmachen dann seht ihr auch was ich überhaupt tue ohne dass ich das jedes mal sagen muss so dann die seite so 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 noch noch ein bisschen da und das letzte und jetzt noch die seite hier drüben hier müssen einfach gucken dass wir wirklich die richtigen ach lass mich die richtigen punkte erwischen so und so das heisst P wir haben jetzt zwei Elemente wir haben die Gehwege wir haben die Strasse in der Mitte und sagen hier ich möchte dass was haben wir hier Street Matt heisst in dem Fall hier Street Matt ok falsche texture aber ist eigentlich egal können wir im GE dann später wechseln und hier haben wir dann Sidewalk das generiert uns die Gehwege das heisst das machen wir jetzt hier ups salab jetzt mal einfach mal so kurz schnell an und das machen wir wieder kurz weg na das hier brauchen wir auch nicht ach ne hab ich da was vergessen Mist ich glaub da hab ich was vergessen genau das machen wir nachher gleich guck ich aber ganz kurz haben wir hier noch was da unten scheint was durch zu leuchten genau so das heisst haben wir hier die zwei punkte nein 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 nicht so schnell nicht so schnell so ich markiere hier noch beide so dann haben wir Punkt ich connecte den mit dem hier und dann haben wir okay das müssen wir dann später nochmal ändern ich würde sagen da außen ist gut das da unten so da oben da fehlt doch auch wieder was also das Tool ist ja gut und recht aber aha nee wir haben Bevel drin okay nichts gesagt jetzt hoffe ich jetzt nimmt mir den richtigen Punkt G natürlich nicht natürlich natürlich nicht warum sollte er so dann halt den auch zack haben wir hier unten alles so ich zoome mal ran ich möchte den hierher connecten so müsste passen was jetzt natürlich fehlt in dem objekt hier wir haben hier die strasse das ist der Punkt hier respektive der hier so und ich mache hier ebenfalls noch das Element der Punkt soll jetzt da haben wir das Problem hier da brauchen hier alle Punkte nicht nur einen der soll jetzt hier her kommen warum hat das letzte mal so gut gepasst und hier jetzt nicht schwierig das heisst ich gucke das ganz von oben g ah er möchte gar nicht weil wir haben wieder nicht alle Punkte f3 merge by distance so wir haben die Punkte jetzt zusammen gelegt jetzt kann ich auch das linke auch bewegen kriegen wir hier eine gerade und nur auf einer Fläche ich glaube aber tatsächlich gz nein das da hinten muss auch noch runter das hier gz ich glaube das ding hier gz und auch das schrieben nach unten okay müssen die Punkte aufpassen müsste soweit eigentlich gehen das ding sieht halt wirklich schwierig aus kriegen wir aber hin so jetzt haben wir das ganze hier drüben noch einmal so lass mich mal auf die strasse ebenfalls den brauchen wir und connect okay da hinten passt es wieder ne passt nicht das heisst wir markieren beide den holen wir so runter und magnet aus gz ja gute nacht die gute nacht so und dann haben wir was haben wir noch das element hier oben dann markieren wir auch das gegenstück und mit magnet passen wir das ganze hier an so die beiden connecten wir hier von nein hier von ok den connecten wir moment moment ich würde sagen wir haben jetzt so viele views hier ctrl z na na den punkt z z ziehen wir nach unten dann haben wir die lücke geschlossen den punkt hier connecten wir mit dem punkt da ja es schaut ein bisschen witzig aus ich denke mal das müssen wir dann vielleicht tatsächlich noch überarbeiten nein müssen wir das vielleicht doch so connecten möchte ich eigentlich nicht die sind auch noch nicht wirklich verbunden magnet aus von oben geschaut den könnte man tatsächlich da so verbinden den ohne magnet so ich würde sagen das passt soweit das heisst wir setzen jetzt noch die kante hier hinten den punkt nach ich habe magnetisch eingestellt und übrigens brauchen wir ja hier die komplette fläche so c einmal rundherum ups ich glaube wir haben alles so also wir gehen wieder auf punkt modus dann hier ähm magnet einschalten nochmals so gut das heisst ähm na so also wir haben das element wir gehen auf uv editing dann haben wir hier unten unser objekt das wir bearbeiten möchten also wir brauchen ja wie davon diese eingerbung ich sag es einfach mal so das scheint hier eher rechts zu sein auf der seite müssen wir halt gucken ähm dass wir hier auch mit dem selben abschnitt hinbekommen ich würde sogar sagen es ist soweit sogar ok er ist einfach extrem breit also hier drüben würde es eigentlich passen aber davon das ist die seite auf x so passt jetzt da hinten passt es noch nicht ich glaube aber so von der distanz her wird das sogar schon gehen und auch der abstand sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus also das da hinten sieht man sowieso nicht das ist kein problem das könnte man sogar löschen aber ich lasse es mal dass man da gar nicht reingucken kann ja die ecke hier na schwierig so jetzt gucken wir das ganze nochmal an haben wir hier auch ja ist jetzt ein viel zu langes element ich glaube ich mache das mal so ähm ähm g y ähm moment nein 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 jetzt müssen wir kurz gucken g y hier oben und markieren alles nochmal so g y beschrieben das ganze etwa aufeinander dann a g y wo ist es da etwa dass wir etwa in die mitte kommen dass wir keine texturverzerrung bekommen abstand scheint da ok zu sein das gleiche spielchen machen wir jetzt noch hier drüben das gleiche spielchen machen wir jetzt noch hier drüben da da zu mir rein x das schaut gut aus da hinten eigentlich auch sehr gut und distanz wie gesagt auch der streifen auch wieder viel zu lang ist aber klar ja das ist eben genau das problem würde sagen wir fahren mit der geschichte nach unten unten rai späsch rai späsch schon lange nicht mehr gehört von dir grüss dir ich na wie geht's dem papa ja sehr schön so muss es sein genau so muss es sein so y y nach unten oha ja gibst du gas gibst du ordentlich gas so soll es doch sein schön av prozieren hier für uns so soll es doch sein glaubt mir kleine kinder kleine probleme grosse kinder grosse probleme und es ist immer nur eine phase ja danke der nachfrage gut eigentlich kann mich nicht beklagen heute stream mal wieder richtig voll gut ich wurde auch von mario geradet sehr lieb von ihm aber es haben sich doch noch einige leute hier hängen lassen bei mir mal ein bisschen gucken wie man ein bisschen karten baut und ja ich glaube für heute sind wir hier durch ich ziehe das ganze jetzt mal jetzt muss man gucken das und das teil ähm jetzt in den ge rüber gucken wir uns das ganze an wie das ausschaut streets das ist gut zack und dann haben wir den ge ob er das denken wir schliessen das war müll äh das machen wir ok nein nicht speichern und das bitte auch gleich zu da möchte ich auch nichts geändert haben sonst läuft dann das spiel nicht mehr so das heißt das ding wird jetzt ersetzt das heißt import nein nicht export streets was war ist die straße war keine absicht dass du meinst keine absicht dass das zweite kommt oder wie muss ich dich da mal ein bisschen aufklären ok da haben wir einen komischen schatten aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen dass die straße das war ok da müssen wir gucken was das dann ist den schatten werden wir mal anders mal fixen auch das hier scheint irgendwie ein bisschen verzogen zu sein müssen wir da aufmutig ein bisschen runter was ist das ah genau das ist der der punkt den ich gesagt habe das element gehört zu diesem ah komm gehen wir halt noch mal kurz rein hier das war das element ist natürlich jetzt ein bisschen doof ein bisschen mal das ding wird jetzt ja vermutlich nie zusammenpassen na ich muss p und a das hätten wir auch gleich nehmen können p also dann haben wir das element das element und nein haben wir das jetzt nicht vereinzelt komm schon das und das und was ist jetzt mit dem teil hier so join das heißt wir müssen jetzt gucken wo diese beiden teile sind da sind sie und da oben müssen sie muss das hin ach das wird auch spannend hier also das muss hier ran genau hier rein wieder muss es äh ich glaube es war hier oder oder ja also dann haben wir hier das element da spricht der kommt hier her der punkt na der punkt äh das kommt bis hier oben auch hier können wir das magnet nutzen das können wir nicht äh doch aber äh vertex so ok das schaut schon mal spannend aus ähm das ding hier scheint tatsächlich noch eine andere ja ähm street geht weg weg man sieht es halt doch schon ein bisschen noch an aber grundsätzlich würde es mehr oder weniger stimmen eigentlich ähm die frage warum das jetzt nicht wirklich passt so dann gucken wir mal ganz kurz noch das element da unten mal noch schnell an wie gesagt das werde ich dann alles mal später nochmal testen äh stopp wo sehen wir da zu hause das ist da oben das lange ding etwa hier also das heißt das hier äh lassen wir mal da nein 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 eins im punkt und das geht glaube ich bis hier oben naja sogar noch weit nach oben äh stopp wo ist das teil hin redo na wo ist es denn nein eben das ist genau das problem jetzt control z los lasst es mich wieder da unten haben control z jawohl genau also dann gucken wir jetzt mal gleich wo jetzt hin muss bis da nach oben schon eine richtige strecke äh also bis hierher man sieht es tatsächlich auch man sieht es tatsächlich auch dass hier was anderes ist dir eine gute nacht roni schlaf gut bis zum nächsten mal so aber ich würde sagen ähm das exportieren wir jetzt noch einmal kurz ähm das mit dem schattenwurf das haben wir hier gesehen das scheint irgendwas ähm nicht ganz so zu sein wie es sein sollte Magnet aus bitte so vielleicht haben wir das schon gefixt damit vielleicht aber auch nicht weißt da sieht man jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was ähm und da drüben ebenfalls dass selbe spielchen also hier sieht man es ein bisschen weil wir haben jetzt eigentlich in den winkel hier rein gebastelt wo eigentlich gar kein winkel sein kann mal gucken vielleicht hat es schon gereicht wir werden sehen wir werden es sehen wir werden es sehen also export äh ich switche wieder aufs normale layout export file export alo export i3d street dann ge import street so das heißt hier das ding wird jetzt ersetzt sprich das ding hier unten wird gelöscht dann haben wir hier auch sidewalk nach nicht groß geschrieben seit räumen wir hier rein na so wäre das mal hier äh habe ich das falsche gelöscht oder wieder was ist ja wir müssen natürlich auch die straße die straße logisch müssen wir die straße reinholen weil ja wie das eine teil von der straße gemobst haben und aufs andere element angeklebt sozusagen import straße so schaut doch schon besser aus nehmen wir das noch rein da in den straßen ordner wie gesagt die straßen die werden früher oder später dann alle einmal dann zusammengelegt also ich weiß jetzt dass es hier einen fehler hat ja gut immer nah ran geht sieht man es und ja hier sieht man es auch immer noch da werden wir noch gucken dass wir das ganze ebenfalls noch weg kriegen äh ja und auch hier werden wir natürlich machen dass wir hier noch durchfahren können ich würde sagen wir gucken die ganze geschichte einmal im äh spiel an wie üblich am ende des streams äh wir werfen mal hier schatten denn wir haben hier ein bord stein und äh haben wir hier kollision brauchen wir natürlich auch dasselbe machen wir hier drüben ebenfalls auch das darf coli haben äh rich body gute nacht ray schlaf gut bis zum nächsten mal vielleicht wenn die deine kinder dich lassen so das heißt ähm auch das wo haben wir es denn viel zu viel zeugs offen wieder einmal construction genau das suchte ich denn wir wollen die transform gruppen nicht sehen brauchen wir auch nicht so sagen passt so weiter dann werden wir das ganze mal kurz angucken im game wie gesagt die schatten die werden wir noch entfernen aber im grossen ganzen denke ich sieht das nicht so schlecht aus das hier werden wir natürlich auch noch fixen definitiv sprich safe so und dann einmal gestartet das spiel das könnte jetzt wieder ein bisschen dauern mal gucken wie wir heute drin geladen sind ok unsere lustige autostrecke haben wir glaube auch immer noch mit dabei schätze ich mal ja heute sehen wir so irgendwie nicht wirklich vorangekommen ob ich ein bisschen zu viel ablenken hatte ich weiß es nicht ok alles gut so soll es doch sein fragen sind da um beantwortet zu werden jeder der hier mal ein bisschen im mapping vorankommen möchte so also wir sind ja hier vorn also die kreuzung habe ich auch noch neu platziert die werden wir dann das nächste mal hause war zu lang was ich habe mich extra beeilt bist du eingeschlafen mario also ich muss sagen textur von bord stein gefällt mir nicht es wird alles noch ersetzt im moment geht es einfach nur dass wir hier mal die modelle haben die schatten hier die müssen sowieso weg die werden auch im nächsten modell mit dabei sein vielen dank matuk für dein follow vielen dank also das muss ich unbedingt noch fixen sonst auch bei anderen textur wird der schatten da sein ebenfalls hier also ihr seht schön hier ist genau das dreieck das werden wir noch fixen hier habe ich noch ein bisschen textur von unten und äh ja so im grossen ganzen denke ich sieht das gar nicht so schlecht aus ok ah gut zwar weil wir es raus gezogen haben äh und das vermutlich auch nehme ich an können wir anpassen ist nicht das problem aber wie gesagt ich denke hier würde ich fast auf einen kiesweg äh setzen und dann versuchen irgendwie ähm den gehweg irgendwie so entlang zu führen auf der seite gar nichts ja also ihr seht äh wir haben hier noch einiges zu tun und es wird spannend nein ach ne da drüben waren wir noch gar nicht also jetzt haben wir hier die Einfahrt vielleicht machen wir auch ein Schild Einfahrt oder so willkommen beim Händler und hier bye bye und ade oder so oder adi messi ähm aber das schaut eigentlich nicht so schlecht aus und ach Mist ja das hätten wir noch anpassen können im Blender aber ja also wie gesagt die Strasse hier unten ist auch ein bisschen zu tief und hier kommt noch ein Deckel hin äh stopp ähm wegen dem Gras weiss ich noch nicht vielleicht müssen wir das da hinten ein bisschen wirr machen ja tiefes Gras oder wir nehmen alles tiefes weiss ich noch nicht wirklich aber den Weg finde ich eigentlich so okay okay der Huppel hier vorne nicht unbedingt der muss noch weg und da gemütlicher Gehweg am Bach entlang aber ich glaube der muss sich vielleicht noch ein bisschen anpassen ne ja jo ähm und ob mir das hier gefällt ja genau hier musst du raus fahren hab ich Paint Anywhere nein ich möchte ja nicht kaufen ich möchte da Landschaft malen ich sage es halt ah nicht nicht also ich muss definitiv hier mal an der äh performance arbeiten ne hm 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 vielleicht muss das äh der Gehweg doch bis ja aber es macht irgendwie keinen Sinn macht das Sinn den Gehweg bis hier an die Kante zu führen eigentlich ja weiss ich müsste alles eigentlich verlängern hier ich kann einfach ein Tor hier hinstellen das man hier nur raus fahren kann Trigger ist nur von in ähm erreichbar Problem gelöst ähm müsste man eigentlich machen ja ein ein fahrt offen ausfahrt hier ähm das Problem ist halt dann äh fährt man halt auch hier wieder raus okay hier ist eine Koli stimmt die hatten wir das letzte mal gesehen ach ich habe hier noch die falsche Textur mit dabei hehehehe weil Textur wäre gleich wie da wie da drüben ja wie diese hier also sprich nur so weil wir können mal gucken Moment. Wir nehmen mal hier Sonn-Deutsch-8. So, passt. Ich bin noch im Flugmodus. Ne, dann machen wir es so. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wo haben wir die Cori? Ja, da ist was verschoben. So. Ja, ist ein bisschen breiter. Würde theoretisch auch für zwei Fahrzeuge gehen. Aber ist okay. Ist okay. Vorne gibt es ein Einfahrverbot-Schild. Und das da drüben wird dann sowieso Wohn- und Kreisverkehr werden. So, jetzt bleibe ich bestimmt hier am Collie hängen. Ähm. Ja. Ich glaube, sowas kriegst du nicht ins Spiel. Also sprich da so lang Kreisverkehr. Sprich da rein. Da rum. Zum Beispiel. Wie gesagt. Die Strasse hier. Äh. Hier. Die würde ich beitspurig machen wollen. Weil wir haben ja hier, äh. Unseren Spaghetti Giovanni. Und dann hier vielleicht Parkplatz. Oder auch vielleicht irgendwo. Äh. Was ist denn? Mal gucken. Was haben wir hier? Das ist, äh. Die Terrasse und unten. Ja. Frage um Fragen. Ähm. So sieht es eigentlich schon besser aus. Aber Anlieferung wäre ja dann eigentlich hier. Ist ein bisschen doof, ne? Also vielleicht machen wir Anlieferung hier. Vielleicht Parkplätze hier vorne. Ah. Weiss nicht. Weiss nicht. Weiss nicht. Wie gesagt. Das ist alles noch weite Zukunftsmusik. Ähm. Aktuell sehen wir bei den Strassen. Und hier ist noch ein Back. Der da oben. Muss ich vermutlich mal neu reinladen. Dann, äh. Funktioniert das Ganze wieder. Jo. Ähm. Dann würde ich sagen. Ich muss jetzt noch was zusammenschneiden. Für das Tutorial, das wir vorher aufgenommen haben. Äh. Äh. Wer ist denn heute noch online? Ah komm. Ich weiss einen. Einen, der eine ganz, ganz, ganz schöne Karte gebaut hat. Die ich auch selber spiele. Ich würde sagen, wir raiden den. Den lieben Farmer Marco. Ähm. Ich hoffe, er bleibt noch eine Weile. Ähm. Drin am Spielen. Farmer Marco. Und dann würde ich sagen, von meiner Seite aus. Ähm. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Follows. Und für den Support von euch. Und, äh. Auch fürs Moderieren. Danke dir, Mario. Und, äh. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Und, äh. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ......